Was geht Jungs? Was geht? Fangen wir an, würde ich mal sagen. Auf jeden Fall, ja. Ja Jungs, wir sind hier heute mit dem guten Abdallah. Abdallah, was geht Bruder? Was geht Bruder, aber lieber Adler, Bruder. Adler, Adler 413. Was geht Bruder? Alles gut und bei dir? Normal, 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 Alhamdulillah, alles gut. Was ist heute Thema? Erzähl du, wir haben den ersten Gast heute hier in unserer Sendung. Outpacking Folge 3 oder 4 wird das ja wahrscheinlich sein. Das ist glaube ich, heute ist das 1, 2, 3, ich glaube das ist unsere fünfte oder sechste Aufnahme glaube ich, aber das ist jetzt das erste Mal, dass wir einen Gast haben. Genau. Das ist das allererste Mal. Wir haben heute den Abdallah dabei, der erzählt ein bisschen was über seinen Weg von Syrien nach Deutschland. Ja man. Das ist auch ein sehr, sehr spannendes Thema und ich glaube die meisten Leute denken eigentlich so, also so wie ich das zum Beispiel kenne, ich bin eigentlich aufgewachsen ganz normal in Deutschland und habe hier ein ganz normales Leben gehabt, wie fast alle hier glaube ich, so weißt du. Aber manchmal kann das natürlich auch ein bisschen anders sein, das Leben, ein bisschen härter und da muss man manchmal für sein Glück ein bisschen kämpfen auch, weißt du. Gerade momentan ist das halt auch ein sehr aktuelles Thema. Guckt man in die Ukraine, viele Ukrainer kommen ja jetzt auch hierher, aber ich denke mir, dass dein Weg auf jeden Fall viel härter gewesen ist. Ich glaube auch. Und das ist halt auch eine Geschichte so, dass viele Leute sehen, so Syrer nach Deutschland kommen, sag ich mal. Oder die sehen die Leute hier, aber die wissen nicht was, die alles mitgemacht haben. Und bei vielen Leuten, die aus dem Irak oder so gekommen sind, wir haben ja letztens noch mit jemanden gesprochen, die haben auch voll den Leidensweg hinter sich. Manche sind zwei Jahre oder so in der Türkei geblieben, das Geld hat nicht mehr gereicht, die mussten da ein bisschen arbeiten, um dann da wieder jemanden zu bezahlen, dass man von da aus sozusagen nach Europa gebracht wird und so. Und selbst wenn man in Europa ist, ist man da noch nicht am Ziel, ne? So, du bist ja nach Deutschland gekommen und das war ja auch, wo du Europa erreicht hast, denke ich mir so, war das nochmal ein sehr, sehr langer Weg, bis du in Deutschland warst. Man denkt am Anfang so, ja, ist halt wegen Geld gekommen. Also so, die meisten sagen, weißt du, so okay, was war dein Ziel? Wegen Geld und so, aber man weiß nicht, dass man eigentlich oder ich halt wegen Krieg gekommen bin. So und man war, also ich war 15, 16 Jahre so, wo mein Vater dann zu mir gesagt hat, so jo, pack deine Sachen so und ich mal deine Sachen so. Ich hatte ein T-Shirt, nicht mal eine Jacke, weißt du? Ich habe nicht mal darüber nachgedacht, so wirklich, dass ich eine Jacke mitnehmen muss, so auf dem Weg. Und nicht mal meine Mama, nicht mal mein Vater hat gesagt, so nimm eine Jacke mit oder so, weil waren alle gepflegt irgendwie, weißt du, was ich meine? Also ich habe selber nicht geglaubt, dass ich das letzte Mal so mäßig, denn ich meine Eltern so sehen werde, jetzt zur Zeit da, wo ich halt mein Land verlassen habe, schon krass gewesen, weißt du, was ich meine? War das alles ganz spontan? Kann man sich das so vorstellen, du bist so aus der Schule gekommen und dann meinten deine Eltern plötzlich, hey Abdallah, es geht los. So spontan war nicht, mein Bruder war ja auch in Syrien und bei uns ist das so, wenn man 18 Jahre ist, dann muss man halt zum Militär gehen und gerade ist ja Krieg in Syrien, deswegen, wenn man 18 Jahre alt ist oder vielleicht noch 17, dann kommt Militär quasi zu dir so und sagt, okay, bereite dich vor und so, dann kommst du halt mitkämpfen, so du bist 17 Jahre alt geworden und so. Und wenn du zur Schule noch gehst oder Studium oder irgendwas machst, so mit Schule oder die Möglichkeit hast, dann lassen die dich in Ruhe halt quasi, bis du zu Ende gemacht hast, aber danach kriegst du ja eh keinen Job, weil da ja Krieg ist, so. Und wenn du fertig halt quasi studiert hast oder Schule gemacht hast, dann sagen, okay, jetzt musst du mitkämpfen, so und mein Bruder hat studiert, als der fertig war, musste dann halt quasi mitkämpfen, hat mein Vater gesagt, nee, ich hab dich groß gemacht, so und ich will nicht sehen, wie du halt umgebracht wirst oder halt selber andere Leute umbringst, deshalb, hier hast du keine Zukunft mehr, so pack deine Sachen und geh. So und dann hat er mich so angeguckt dabei und hat gesagt, Abdullah, du bist auch in der Einjahre mäßig, so 18 Jahre alt, so und dann, was willst du machen, willst du alleine gehen, so, weil hier hast du nichts mehr, weißt du, alles ist kaputt, nicht mal Schule, gar nichts, so, weißt du, da waren noch Schulen, da waren kaputt, aber halt die Leute oder die Jungs, die sich noch getraut haben oder halt die Familie gesagt hat, okay, noch kannst du gehen oder so, sind noch gegangen, aber viele sind auch einfach zu Hause geblieben, so, weil die Angst hatten, so. Ist ja auch normal. Ja, ist ja auch ein riesiger Schritt, ne, so das eigene Land zu verlassen, die Heimat, so den einzigen Ort, den man im Endeffekt kennt, ne, ist ja schon krass, wenn man jetzt jemand so irgendwie vom Dorf in die Stadt zieht, was, die Stadt ist 500 Kilometer weiter weg, ist ja gar nicht damit zu vergleichen, nochmal das Land zu wechseln und den Kontinent, ne, also, hier ist ja echt eine komplett andere Kultur, so. Sehr, sehr, sehr schwer und dann kommst du halt ein Land, so, du kennst ja niemanden, so, du kennst die Sprache nicht, du kennst gar nichts einfach, weißt du, was ich meine, du weißt gar nichts, wie es geht, wie es, so, was kommt, so, was du machen willst, so, weißt du, was ich meine, ne, kennst einfach niemanden und nichts, so, so, aber, naja, so, man hatte die Möglichkeit nicht einfach, so, zu Hause zu bleiben, mäßig, weiß ich, in der Heimat, so, leider, so, aber, ich bin immer dankbar, auf jeden Fall, so, auf alles, was kommt und was war, so, man soll ja auch immer dankbar sein, ja, und, äh, ja, Mann, Wie ging's weiter, also, du warst sozusagen in Syrien, dein Vater meinte, jetzt geht's los, ähm, wie ging's dann los, also, du warst, wie schon gesagt, voller, unter Adrenalin, warst angespannt, sehr spontan, hast deine Jacke vergessen, bist einfach mit einem T-Shirt losgezogen, wir sind, also, das war so, an dem Tag halt, wo wir, ähm, los mussten, das war zwölf Uhr nachts oder so, ich bin, ich bin noch eingeschlafen, zwölf Uhr nachts, zwei Uhr nachts, haben die mich so aufgeweckt, mäßig, und, äh, also, meine kleine Brüder, ich habe noch zwillinge Brüder in Syrien, ja, genau, ja, ja, die haben mich so aufgeweckt, mäßig, und, äh, meine Augen waren da so rot, als hätte ich keine Ahnung, zehn Joints oder so gekifft, ich meine, in Syrien gibt sowas gar nichts, gar nicht, äh, nee, also, darüber müssen wir später auch reden, ja, ähm, und, äh, ich bin halt aufgewacht worden, und, äh, ja, die haben gesagt, du musst los, so, und ich habe wirklich gar nichts, einfach außer mein Handy, und das, was ich halt anhatte, so, aber warum, warum nachts, warum, weil die gesagt haben, ey, du musst jetzt den nächsten jetzt zum Krieg, oder was, du musst jetzt reinziehen, oder was, äh, nee, 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 ich denke, man muss vorsichtig sein, oder? Ähm, das auch, weil ich darf eigentlich nicht aus Syrien mäßig, weil ich muss ja mit kämpfen, und so, und, äh, Deswegen hast du auch nicht so viel Gepäck mitgenommen, weil das auffällig ist, auch so, ne? Das nicht, man könnte eigentlich Gepäck mitnehmen, aber wie willst du das machen? Weil man wusste ja nicht, was kommt, und wie man überhaupt, oder wo man überhaupt will, weißt du was ich meine? Hattest du dir das Ziel gehabt, nach Deutschland zu kommen, oder? Nee, eigentlich nicht. Was war so das, das größte Ziel? Einfach aus Syrien weg. Einfach aus Syrien weg? Einfach aus Syrien. Ein Land war egal. Ein Land war egal, Hauptsache besser. Hast du da gar keinen Kopf drüber gemacht, so mäßig, so gesagt, ey, ich muss Türkei, oder ich muss da. Ich eigentlich nicht, da so mein Vater mäßig so gesagt hat, du musst weg, weißt du? Ich war 16 Jahre alt, so 16 Jahre alt, da denkst du noch nicht an, ich will nach da, ich will nach da, ich will das, ich will das, weißt du, was ich meine? Und vor allem, wenn du noch fünf Jahre im Krieg so erlebt hast, so. Hast du fünf Jahre Krieg erlebt? Fünf Jahre Krieg erlebt, so mit zwölf Jahren ist, ähm, hat Krieg angefangen, so, war ich zwölf Jahre alt. Und, äh, 2015, also so nach fünf Jahren mäßig, hab ich dann Syrien so mäßig verlassen, weil ich auch fast 18 Jahre alt war, so. Und dann musste ich ja halt entweder kämpfen oder halt weg, so. Und wie war das, hast du viele Leute sterben sehen? Ähm, ja, leider auch, also nicht viele, aber war auf jeden Fall. Auch Freunde und so, und Leute aus der Familie. Also mein Onkel ist auf jeden Fall so gestorben, da waren wir, da hab ich den zwei Stunden vorher gesehen, so. Und, ähm, die Sache ist auch mega, mega krass, das war so, wir haben, musst du dir, musst du vorstellen, quasi jetzt hier, wo wir sind, so, und, ähm, Dülken oder so jetzt, ne? So, so 1000 oder 1, 2, 3 Kilometer oder so, ne? Mäßig. Da haben wir gewohnt und meine Oma hat so eine andere Stadt gewohnt, so eine andere Stadt, so halbe Stunde mäßig. Mhm. Und 5 Uhr nachts, äh, sind, war Terroristen mäßig, ähm, in diesen Stadt, wo meine Oma gelebt hat, sind da, also so reingebrochen, so mäßig. Terroristen. Haben Terroristen, wir haben erste, da war so Panzer von Militär und so, erster Panzer halt kaputt gemacht, zweite, dritte, vierte und dann sind die halt reinmarschiert und, äh, Militär war in diesem Stadt, wo meine Oma gelebt hat, da hat auch mein Onkel gelebt, so, bei meiner Oma. Ja, und, ähm, Militär, wenn der kommt so mäßig, der, ne, der kämpft, beschützt auch dein, quasi, dein Straße, dein Haus, dein alles, dann sagt auch zu allen Jugendlichen, die da sind, so, hier Waffen, ihr müsst quasi mitkämpfen, so, weil wir kommen auch von anderen Städten, so, um euch quasi zu beschützen, dann müsst ihr halt auch für eure Zuhause und für eure Familie quasi kämpfen. Frauen dürfen dann auch weg, kleine Kinder, Frauen, alte Leute, so, aber die jungen Leute müssen quasi dann da bleiben und kämpfen. Auf jeden Fall, äh, fünf Uhr nachts oder sechs Uhr nachts kriegen wir einen Anruf von meiner Oma, so, hat gesagt, ähm, die sind reingekommen, also hat die Touristen und so, und, ähm, mega Angst gehabt und, äh, meine Mama hat natürlich sofort gesagt, komm zu mir, so, hat gesagt, ich schicke, äh, Ahmad, also halt mein großer Bruder, ich schicke Ahmad zu euch mäßig. Und mein Bruder war in diesem Moment am Schlafen, ich war da, so, hab meine Mama angeguckt und ich war, so, jemand in Syrien, ich hatte immer, so, keine Ahnung, aber, wie soll ich das sagen, aber, egal, was passiert ist, ich wollte immer raus, ich wollte immer so gucken, so, was passiert ist, weißt du, mitbekommen, so, ich wollte immer, so, irgendwie hatte ich keine Angst, so. Diese Neugier, so, dass das wirklich so ist, so, ja, ich weiß nicht, so, mega, mega, mega neugierig, also, egal, wie gefährlich das war, so, ich wollte immer wirklich raus, auch, dass meine Mama, so, die meiste Zeit auch die Tür einfach abgeschlossen hat, weil die Angst hatte, dass ich einfach so abhaue, weißt du, was ich meine, ähm, krass. Auf jeden Fall, ähm, ja, meine Mama hat dann, mein Bruder war am Schlafen, hat mein Bruder so gefickt, hat gesagt, so, äh, musst du deine Oma und deine Tanten und so halt mäßig abholen, und ich hab das ja gehört, so, und ich wollte das halt machen, so, und mein Bruder war am Schlafen, und ich wollte da hin, ich wollte meine Oma abholen, so, weil ich hab gehört, so, die Touristen sind da reinmarschiert und so, und ich wollte halt meine Oma, Opa und Tante so holen, und, ähm, dann hab ich die Sache ausgenutzt, wo meine Mama mit meinem Bruder am reden war, ne, bin ich einfach abgehauen, ich hab einfach mein Handy genommen, kein Geld mitgenommen, gar nichts, einfach abgehauen, ich hab ein Taxi genommen, hab ich gesagt, zu diesen Stadt, wo meine Oma quasi gelebt hat, und, äh, dann bin ich da hin, zum letzten Punkt, da war so, wie auch sie so, ein Riesenberg von Erde, da haben die selber die Militär gemacht, so auf Straße, dass man so einfach gesperrt, so, miese, so Erde, so halt voll viel, und dann hat er gesagt, so, mehr kann ich nicht fahren, so, hab ich gesagt, sagt er, traust du dich wirklich, da war so, war, ähm, ähm, Häuser kaputt, Gebäude kaputt, weißt du was, ich meine, und du siehst, alles, also, quasi, gerade passiert alles, weißt du, und ich bin einfach da, hab ich gesagt, ja, ich geh einfach zu Fuß, so, und, ähm, ersten Moment, so, ich war, quasi jeden Tag da gewesen, weil meine Oma ja da war, so, und ich hab das nicht so realisiert, dass das wirklich so gefährlich war, dass man wirklich auf einmal, so, von einem Tag, so, an den anderen Tag, ich meine, okay, jeden Tag hat man was gehört, so, Schüsse, Bomben, Raketen, aber so, dass das, zu Hause bei dir war, so, weißt du, war das so nicht, bin ich einfach weitergelaufen, weitergelaufen, und, ähm, fünf Minuten oder so, irgendwie hatte ich Angst, so, nach vorne zu gucken, hab ich irgendwie auf den Boden geguckt, weil ich wirklich so, mitten, also mitten, genau mitten im Krieg war, so, genau mitten im Äckchen, so, da war wirklich alles, Panzer, Flugzeuge, so, alles einfach, und ich bin einfach weitergelaufen, weitergelaufen, so, Sogar die Schüsse hab ich gehört, die halt neben mir so vorbei, so gegangen sind, und, ähm, dann bin ich weitergelaufen, hab ich so zwei, drei Typen auf dem Boden so liegen sehen, ähm, da bin ich weitergelaufen, weitergelaufen, War die so angeschossen oder was, oder? Genau, die waren so irgendwie angeschossen oder so, und ich bin einfach weitergelaufen, ähm, zur Straße, wo meine Oma da gelebt hat, dann hab ich meinen Onkel gesehen, der auch gestorben ist an dem Tag oder einen Tag danach, so, und dann hat er so mich angeschrien, hat er gesagt, so, Abdullah, was machst du hier, so, weißt du, hab ich gesagt, so, ich will meinen Oma abholen, so, ich will meinen Opa und so, hat er gesagt, die sind schon weg und so, jetzt verzieh dich von hier, ich hab gesagt, ja, okay, so, dann bin ich halt zurückgegangen, so, zu meinen Eltern, und dann hab ich meine Oma da getroffen, und, ähm, und dann sind wir zu mir, zu uns halt quasi gegangen, nächsten Tag, wirklich nächsten Tag, um sechs Uhr morgens, so, meine Oma, die wacht auf und sagt, so, zu meiner anderen Tante, weil die Tante hat auch da gelebt, wo meine Oma gelebt hat, hat gesagt, so, wie haben wir deinen, so, Bruder gelassen, also, der Sohn von meiner Oma, mein Onkel mäßig, so, weil der war da, der war gezwungen, da zu bleiben, gegen die, ähm, Terroristen zu kämpfen. Terroristen ist IS? Is IS und andere Gruppen, so, halt, auch unter IS, so, aber die haben viele Namen, so, viele, viele Namen, aber unter, so, mäßig IS, so. Auf jeden Fall, ähm, mein Onkel musste halt da bleiben und mitkämpfen, so, und meine Oma, um sechs Uhr morgens, hat gesagt, so, zu meiner Tante, hat die aufgeweckt, hat gesagt, wir müssen zurück, wir müssen zurück, was machen wir, so, dein Bruder ist da alleine, und so, der hat nichts zu essen, der hat niemanden da, so, und, ähm, dann wollten die zurück, dann sind die auch zurückgegangen, ich wollte mit zurück, meine Mama hat gesagt, nee, du gehst nicht mit, du gehst nicht mit, und, ähm, am Anfang durfte ich wirklich nicht mit, eine Stunde danach bin ich dann abgehauen, dann bin ich zu meiner Oma gegangen, ähm, und dann war halt quasi, zu Hause bei meiner Oma, alle meine Tanten, einfach alle so, und, äh, meine Oma, meine Opa, so, und alle, und da war einfach Krieg, also, da war einfach bei dir auf die Straße, so, und die hatten wirklich keine Angst, so, und die wollten, so, mit meinem Onkel da bleiben, weißt du, und für den halt was kochen, so, was zu essen. Dann waren die da, und dann, nach zwei Stunden war ich draußen, dann hab ich so, gehört, es war so ein Taxi, also, ich war draußen, und ihr müsst euch vorstellen, da war so über tausend Militärleute, also über tausend, so quasi, ähm, Leute, die halt Militär sind, und, äh, die ganze Straße einfach voll, Panzer, so, äh, Kalaschnik, einfach alles, so, alles, was man sich vorstellen kann, ist ja Krieg, so, ne, und irgendwann kommt so ein Taxi, so, an mir vorbeigefahren, und jemand macht so mit den Hand, so, also, der winkt, so, ne, ich hab am Anfang so nichts gedacht, und ich hab den Person auch nicht erkannt, so, und, äh, und dann kommt nach einer Stunde jemand zu mir, sagt, oder nach halber Stunde sagt zu mir, so, Abdullah, ich hab gehört, dein Onkel ist angeschlossen worden, und so, sag ich, wie, sagt er, ja, der war auch in dem Taxi, und so, dann hab ich so, nach, ne, zurückgedacht, ich so, aha, krass, dann war der mein Onkel, so, der mir gewungen hat, so, dann bin ich zu meiner Oma gegangen, hab ich, hab ich gesagt, so, jo, ich hab gehört, hatte ich gesagt, Abdullah, hast du was Neues gehört? Ich hab gesagt, ja, ich hab gehört, dass mein Onkel so angeschossen wurde, so, und, ähm, mein Opa kam dann und hat gesagt, sag sowas nicht, und der wollte mich halt nicht schlagen, aber so, ne, so, sag sowas nicht, äh, ne, sag sowas über deinen Onkel nicht, ne, inschallah wird nichts passieren, und so. Der war ja auch sein Sohn, ne, also, normal, kann ich ja auch verstehen, so, aber meine Oma hat gesagt, ne, lass den Jungen, der sagt uns, ja, was passiert ist, und so, und dann nach zwei, drei Stunden hat man dann, quasi mitbekommen, dass der im Krankenhaus lag, und, äh, und dann sind wir irgendwie da reingegangen, und so, da war auch eine komplett andere Story, komplett, äh, äh, andere Film, und, äh, ja, schon krass. Aber sobald du irgend so was ganz Normales machen wolltest früher, also wie dein Onkel im Krankenhaus besuchen, oder in die Schule gehen, oder keine Ahnung wohin, das war immer direkt so, als wär's im Actionfilm gewesen, oder in einem Kriegsfilm, ne, also du, du hättest ja, du hast ja bestimmt die komischsten Sachen gesehen, obwohl das einfach dein normaler Alltag war, ne? Also das Ding ist, ähm, irgendwann gewinnt man sich daran, äh, gewinnt man sich daran, so. Also ich mein, ich hab fünf Jahre so erlebt, und, äh, da hat man immer Schüsse gehört, so, immer Schüsse gehört, immer Explosionen, immer Schüsse, Bomben, Raketen, Flugzeuge, immer irgendwas hast du gehört, so. Und dann, irgendwann schläfst du einfach ein, isst du damit, du gehst auch zur Arbeit, weil man hat gesehen, so, okay, ein, zwei Monate, erste zwei Monate, also wo Krieg angefangen hat, so, ganz am Anfang, haben die Leute gesagt, okay, wir schließen jetzt alles, so, die hatten ja Angst, so. Nicht, niemand ist zur Schule gegangen, keiner hat mehr aufgemacht, Essen, Geschäfte, alles war zu, so, erste ein Monat, zwei Monate, drei Monate, so. Und dann haben die Leute gesagt, so, und danach, so, und dann, und dann, so. Wenn wir nicht sterben von Rakettenbomben, wenn wir auf die Straße gehen, oder halt Geschäft gehen, oder Arbeit gehen, dann sterben wir, oder verhungern wir, so, weil wir nichts machen, so. Dann irgendwann haben die sich, äh, die Leute halt daran gewöhnt, die sind einfach weiter Arbeit gegangen, und, äh, zur Schule, und ich war auch einer von Leuten halt, die auch zur Schule weitergegangen sind, so, obwohl auf der Straße halt Krieg war, weißt du. Ja, aber man ist einfach weitergegangen, so, man könnte einfach nicht einfach zu Hause bleiben, und sagen, so, jo, so, ich bleib einfach zu Hause, ich mach nix, so, und ich warte, bis ich sterbe, so, weißt du. Ja, ja, klar, normal, normal. Es gibt diese Willen von Menschen, weißt du, so, man muss einfach weiter, so, irgendwie. Ja, ja, man muss immer weitermachen, ne, sonst steigert man sich nur in das Negative rein, so, ja. Genau, 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 genau. Aber, Bruder, nochmal zu der, zu der Flucht mäßig, weißt du. Also, deine Brüder haben dich, äh, nachts wach gemacht, um zwölf Uhr so mäßig. Genau. Und da bist du mit deinem anderen Bruder, seid ihr losgegangen? Ja. Wo seid ihr zuerst hingegangen, was habt ihr gemacht? Also, wir wurden mit dem Taxi abgeholt, von einem Kollegen, von meinem Vater. Mhm. Und der hat ein Taxi gehabt, so, der hat uns halt da hingebracht, und, äh. Wo hat er euch hingebracht? Erstmal nach Damaskus, also so Mittelpunkt mäßig. Vorher kamst du? Ähm, näher von Damaskus, also so zwei, drei Stunden so weit weg von Damaskus, so halt von, äh, aber auch Damaskus, aber wie, so Dorf von Damaskus. Schon ein gutes Stück, aber, ne, zwei, drei Stunden, ja. Schon, schon ein gutes Stück, so. Und, ähm, dann sind wir da hingefahren, meine Eltern waren dabei, also mein Bruder, mein Vater und meine Mutter. Und, ähm, genau, dann war ich mit meinem Bruder, der ist auch hier in Deutschland ist. Dann sind wir nach Damaskus gefahren, haben wir, sind wir mit dem Bus eingestiegen, dann nach Libanon, ähm, von Libanon sind wir nach der Türkei, und dann von der Türkei sind wir nach Griechenland. Wie war das an der Grenze bei Türkei? Also, die war da freimäßig, konnte man einfach da durchgehen? Von Libanon nach Türkei sind wir mit dem normalen Schiff gegangen, also ganz normal. Mit dem Schiff? Ja. Mit dem Schiff. Da waren andere Leute auch noch bei, oder was? Also, wie Touristen, sozusagen, wie Touristen, ne, ja. Genau, wie Touristen, wie Touristen. Gleich wird's interessant, glaub ich, Toni, gleich kommt dein Teil. Aber du konntest da einfach so durchgehen, durch die Grenze, also mit dem Schiff, du konntest da einfach so rüberfahren, so ohne Probleme, oder was? Äh, ja, weil ich auch so quasi beantragt habe, dass ich quasi in die Türkei so fahre, weißt du, oder? Ah, das war offiziell, du durftest so in die Türkei. Genau, also er hatte ein Visum, ja. Ah, krass, okay, okay. Genau, also ich bin in die Türkei quasi mäßig so, ähm, komplett legal reingegangen. Ja, und, ähm, ab der Türkei hat dann die illegale Reise sozusagen halt angefangen. Also, Türkei hat's so Aufenthalt gehabt, du durfst da bleiben so mäßig? Oder nur so geduldet so mäßig? Ja, aber nur ein Monat, ja genau, nur ein Monat so, so wie Urlaub mäßig so war das so beantragt. Ja, das war auch mäßig so als Urlaub beantragt. Genau, als Urlaub beantragt so. Okay, okay. Wie lange warst du in der Türkei drin gewesen? Äh, lass mich nicht lügen, sechs, sieben Tage. Sechs, sieben Tage, okay. Von Türkei nach Griechenland. Genau. Und dann, jetzt wird's interessant. Also wir sind, äh, wir waren in der Türkei so, und dann haben wir erstmal jemanden gesucht, der uns, äh, nach Griechenland bringt. Und in der Türkei ist das so, dass du halt mit einem kleinen Boot so quasi, äh, über dem Meer so halt fährst. Und, ähm, und, äh, genau. Dann haben wir halt jemanden gesucht, der das macht. Es gibt halt viele so, und, äh, die halt sowas machen. Auch natürlich illegal so. Und das, dann haben wir halt jemanden gesucht. Am Anfang wollte der uns verarschen, halt Kohle abziehen. Mein, ähm, äh, älterer Bruder war da, so, der hat erstmal die Kohle kassiert, also das ganze Geld. Dann hat er gesagt, nee, es hat nicht geklappt, so, euer Geld ist weg und so. Und das war halt nicht wenig Geld, so, und das war. Sp然 15.000 Euro, ne, umgewescht. Also wir waren jetzt, äh, fünf Leute, und jeder musste, äh, 2.000 Euro bezahlen. Für diese, nur von Türkei nach Griechenland. Also nur von Türkei nach Griechenland. Also nur mit dem Boot, nur diesen. Wie viel Geld hattet ihr insgesamt gehabt, wo ihr das gefahren habt? Ich hatte 3.000, 2.900 Dollar. 3.000? 3.000. Boah. Und deinem Bruder auch? Und mein Bruder auch. Boah. Digga, musst du mir überlegen, mit 6.000 Euro machst du diese Reise. Aber die Familie hat bestimmt alles dafür gespart. Ja, normal, ne? Nicht nur gespart, also im Krieg geht man ja auch nicht so gut, ne? Nach sechs Jahren, egal wie viel Geld man hat und egal wie viel man Geld gespart hat, so. Nach sechs Jahren Krieg, irgendwann hast du irgendwie kein Geld mehr. Weil du auch nicht mehr arbeiten gehen kannst, weißt du, was ich meine? Ja, normal, normal. Und das war wirklich, also die haben meine Eltern von jedem einfach so von da, von da, von da, was die noch da hatten, was die noch da hatten, was die noch da hatten, einfach alles reingesteckt, so, weißt du? Einfach alles reingesteckt, so. Damit wir halt eine bessere Zukunft sozusagen bekommen, so. Krass. Ja, ist schon krass. Wie ging es dann weiter? Also in der Türkei wollte man euch abziehen, so, und was habt ihr dann gemacht? Und, ähm, also das Geld hatte der ja von uns. Mein Bruder, ähm, ist ausgerastet und hat gesagt, ich gehe jetzt zu ihm erstmal. Der ist zu ihm gegangen, so, mein älterer Bruder, und, äh, der ist, hat geklingeltmäßig, bis der aufgemacht hat. So hat den so gepackt, hat gesagt, so gibst mir, der ist sofort reingegangen mit dir und hat gesagt, gibst mir mein Geld oder so halt, so, ne, wird's nicht gut, so, nicht lustig, weißt du? Und, ähm, das Ding ist, wir hatten ja nichts zu verlieren, so, und, äh, so mein Bruder auch, so. Und mein Bruder war so, also das Ding ist, wenn du so dein Land verlassen musst, so, dann kommst du ja gar nicht klar, so, erst drauf, weißt du? So, dann reagierst du gar nicht, so, dann, am Anfang habe ich gar nicht so mitgespielt, mäßig. Also, ich habe alles mitgemacht, aber ich war irgendwie da und nicht da, so, weil selber irgendwie nicht geglaubt habe, was gerade so passiert ist. Du warst irgendwie wie eine Maschine, ne, du hattest auch heimwehend, so, weißt du? Also, man, man, ja, das war sehr, sehr, sehr schwer. Und mein Bruder war auch sehr, sehr streng, das ist, äh, dass wir einfach vier oder drei Tage einfach durchgelaufen sind. Und ich habe zu denen gesagt, so, ich war 16 Jahre, so, mäßig, weißt du? Ich habe zu denen gesagt, ey, mach mal Pause, so, lass mal ein bisschen schlafen, ein bisschen liegen, so, weißt du? Auf Straße einfach, so, weißt du? Aber ich kann nicht mehr sagen, nein, 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 du musst weiter und so. Ja, dann, du hast ja auch mal erzählt, dein Bruder wäre Boxer gewesen oder so, das heißt, er war körperlich ja auch in ganz anderen Bestand als du, ne? Nicht nur das, der älter war. Ja, Mann, mein Bruder ist Profi-Boxer, ähm, der hat in Syrien sechs Jahre auch Boxen gemacht und, äh, genau, ja, der war nicht so Spaß mit dem. Ich habe auch schon mal mit dem geboxt, sehr, sehr, sehr gut. Mit dem ist gar kein Spaß, so, bei sowas, genau, genau. Der kann sehr, sehr gut boxen. Ja, Bruder, das ist, äh, und dann an der Grenze von, äh, Türkei nach Griechenland, da waren, äh, türkische Soldaten an der Grenze, oder was, oder, ähm? Von Türkei nach Griechenland? Ja, ja. Nee, Bruder, das war so. War das auch mit dem Boot? Ich bin sehr schlecht ein Erdkunde, weißt du? Das war mit dem Boot, nicht mit dem Schiff. Also, das war mit dem kleinen, kleinen Boot, genau. Und das war so, also, ähm, dann hat mein Bruder halt den Typen da halt gewarnt, oder zu sagen, so, war bei dem, hat gesagt, so, gib unser Kohle halt zurück. Hat der halt unser Geld wieder zurückgegeben, dann haben wir jemanden anderen gesucht und, ähm, dann hat's geklappt, so. Und dann war erst mal, okay, los. Dann mussten wir halt mit einem sehr großen Container, also, was heißt so groß, aber so ein Container, die quasi 70 Menschen so, äh, äh, haben kann, mäßig. 70 Menschen in einem Container? In einem Container, mäßig, so, weißt du? Boah. Und dieser Container war eigentlich scharfer, also, da war... Ein Container ist mit einem LKW oder mit so einem Zugwaggon zu vergleichen, auf diesen Güterzügen, weißt du? 70 Leute waren da drin. Also, das war auch alles so. Die haben alle bezahlt dafür, dass die so da rüber können, ne? Alle haben bezahlt. Jeder 2.000 Euro. Jeder 2.000 Euro. Jeder 2.000 Euro. Ich glaube, wir müssten vielleicht mal unseren Job wechseln, vielleicht. 140.000. Jeder 2.000 Euro. Und, ähm, ja, das war, waren diese halt große Container so, sind eingestiegen, ähm, da waren 70 Menschen. Dann haben die gesagt, okay, wir liefern euch erst mal zu diesem Punkt halt, wo mehr ist, ne? Und wo wir halt dann los können, so von Türkei nach Griechenland, dann, ne? Und was waren das für Landsleute, die euch da rübergebracht haben? Auch Türken? Auch Türken, so mäßig, ne? Auf jeden Fall, ähm... Aber nochmal ganz kurz, Bruder, die Leute, die im Container drin waren, waren die alle von deinem Land? Waren die alle aus Syrien gemischt? Nö, nicht unbedingt. Aber war noch... Gemischt. Ah, okay, was war da noch so? Alles mögliche. Oder da... Libanesen, denke ich mal, ne? Da war Libanesen, da war Syrer, da war... War noch Türken auch drin, so? Ähm, nee, Türken nicht, Türken nicht unbedingt. Die dürfen mehr. Da war afrikanische Leute, von überall eigentlich, so, Ägypten, von überall eigentlich, so. Okay, krass. Und, ähm, auf jeden Fall, dann haben die gesagt, okay, einsteigen, los geht's, und dann sind wir eingestiegen, und ihr müsst euch vorstellen, das war so eng, dass ich nicht, also entweder stehen kann, oder halt so Pücken wirklich, und mein Knie so halt mit meinen Händen so halt, äh, so festhalte, so, so, so eng, so eng war das so. Und da war Frauen, da waren kleine Kinder und so alles. Da war ein bisschen Mutter drin. Mega, 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 mega warm. Waren da Löcher irgendwie so, dass du rausguckst? Das wollte ich gerade sagen, das wollte ich gerade sagen, da waren in diesem Container so kleine Löcher, also so richtig klein, da könnte man so quasi gucken, so, oder halt Nase so da halten und ein bisschen schnappen, so Luft. Ähm, irgendwann nach einer Stunde war mir langweilig, da war alles dunkel und warm, und ich war voll am schwitzen, 70 Leute, weißt du, mein Bruder da, und, äh, andere zwei Kollegen waren auch neben mir, und, ähm, ja, dann irgendwann bin ich eingeschlafen. Habe ich, äh, habe ich, äh, nur gemerkt, wie so eine Frau, so mit ihren Beinen, so mit ihrem Fuß, so mäßig, mich so, so einsteckt, so mäßig, sagt sie so, ey, schlaf nicht auf mich, so, lieg nicht auf mich, mäßig, so, weißt du, was ich meine? So, ich bin so eingeschlafen, so mäßig, so ein bisschen, und, ähm, ja, dann bin ich so aufgewacht, habe ich gesagt, ja, sorry und so. Also, ey, das war so warm, und, äh, nach zwei, drei Stunden waren wir in diesem Container, einfach am Fahren, also zwei Leute haben uns gefahren, dann irgendwann hält dieser Container an, und wir hören einfach nur Stimmen, so, Stimmen, mega viele Stimmen, so, ne? Steig aus, die Stars, also ich habe die Sprache nicht, äh, verstanden, aber man hat so irgendwie, so, verstanden, was die halt gemeint haben durch diese Schreien, und durch was passiert ist. Man hat gehört, okay, die Tür ist aufgegangen, die sind ausgestiegen, so, und dann hat einer so ein Packweifel bekommen, so ein halt Klatscher, so, ne? Und dann hat, war uns bewusst, okay, das waren die Bullseye, so, türkische Bullseye, so, ne? Und die haben uns gepackt, so mäßig, ne? Ähm, da war so ein kleines Baby in diesem Container, und genau in diesem Moment, wo die uns angehalten haben, hat dieses Baby, also dieses kleines Baby, so angefangen, quasi zu schreien, so, also zu weinen, so. Und, und dann, ne, mein Bruder, alle andere haben gesagt, ey, dein Baby, also zu diesem Mann, der Vater mäßig, so, mach irgendwas, dass der halt Bullseye nicht höhlen, so, und, ähm, der könnte nichts machen, so. Kann auch schlecht machen, so, in diesem Container auch den Mund, äh, von kleines Baby, so einfach, äh, Mund zu halten, kann man einfach nicht machen, in diesem Container, weil es ist einfach gefährlich, kriegt man einfach keine Luft mehr, so. Und, äh, ja, und dann kam so ein Bull, also so ein Bullseye, so, von Türken, so, und dann hat dieser Container so irgendwie angefangen aufzumachen. Ich hatte mega, mega Angst, also ich wusste nicht, was passiert, ich wusste nicht, äh, was jetzt passiert, was geschieht, was, ne? Okay, haben die aufgemacht, haben die so mit dem Licht so gemacht, es war alles dunkel, war so drei, vier Uhr nachts, so, oder so, haben die mit dem Licht erst mal auf uns gemacht, dann haben die erst mal geschrien, so, auf türkisch irgendwas, so, bei diesem, äh, Telefon, Lasselki, was die hatten, so, weißt du? Und, ähm, ja, haben die gesagt, alle erst mal raus, alle Rücksäge, die haben gesagt, jeder, der Rucksack hat, soll das leer machen, weil wir verbrennen alle Rücksäge, so, die ihr habt, so. Und, äh, wir haben nicht verstanden, warum wollt ihr halt die verbrennen, warum wollt ihr halt, ne? Alle wichtigen Sachen halt könnt ihr rausnehmen, aber die Rücksäge in sich, so, wir verbrennen die, so. Und das waren so zwei Autos von, äh, Polizei und, ähm, dann, wir waren so mäßig, so bergrunter, so, und wir waren genau in der Mitte, wo die uns angehalten haben, so. Und dann sind zwei Autos gewesen von Polizei, eine ist nach oben gefahren, eine ist nach unten und wir, wir waren genau in der Mitte und die haben gesagt, wartet hier, halbe Stunde, wir kommen zurück, wir sehen euch auch und überall gibt's Punkte vom Militär, so, da ist auch ein Meer und so, und, äh, bleibt einfach hier und macht so mäßig kein Faxen, so. Die haben mit uns auf Englisch geredet, so. Ähm, da haben die uns nichts, äh, getan, also von jetzt schlagen oder irgendwas, gar nichts, so, einfach, ne, ein bisschen geredet. Mein Bruder, wo die uns, äh, gesagt, äh, wo die zu uns gesagt haben, steigt aus, wir waren genau am Anfang dieser Container, genau am Anfang, wir waren so quasi, ich war die dritte, vierte Person, die ausgestiegen ist, und dann mein Bruder, wo wir ausgestiegen sind, hat gesagt, so, hat meine Hand genommen, hat gesagt, Abdullah, jetzt laufen wir, so, wo laufen wir, sag ich, jetzt rennen wir, so, wie, willst du jetzt alleine rennen, irgendwo in der Türkei, irgendwo in einem Wald, so, wo du nicht weißt, ich nicht weißt, und keiner weiß, und überall gibt's Militär, sag ich, ne, und die anderen Militär, die halt uns erwischt haben, waren noch beschäftigt, die anderen Leute aus dem Container rauszuholen, so, deswegen hat mein Bruder quasi diese 15 oder 20 Sekunden einfach ausgenutzt, mit mir zu reden, und ich hab mich nicht getraut, so, nicht nur nicht getraut, sondern, so, schlau, oder so, so, ich fand das einfach nicht schlau, so, was willst du, du, und alleine mit deinem kleinen Bruder, in der Türkei, irgendwo, illegal, so, in einem Wald, wo Militär und alles gibt, so, weißt du, du weißt nicht, was dich erwartet, was kommt, so, weißt du, ich wollte auf jeden Fall nicht mit, so, hab ich gesagt, nein, 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 da bin ich näher an der Polizei noch reingegangen, so, dass mein Bruder halt aufhört, mich so zu ziehen, so, und, äh, hab ich gesagt, bleib hier, bleib hier, ich bleib auch hier, so, lieber mit 70 Leuten sterben, alles alleine, so, im Wald, äh, so, weißt du, was ich meine, also, keine Ahnung, so, für mich war lieber so, mit diesen 70 Leuten, nicht zu sterben, natürlich, also, ne, aber lieber mit 70 Leuten irgendwas passiert, anstatt, dass du komplett alleine mit deinem Bruder bist, weißt du, was ich meine, so, was passiert auf dir, passiert auf mich, so, so, was soll ich machen, so, auf jeden Fall, dann hat mein Bruder aufgehört, und, ähm, und dann, wie gesagt, sind ein Auto nach oben gefahren, ein Auto runter, dann waren wir halt komplett alleine, so, ne, und dann hat mein Bruder gesagt, also, wir sind von Syrien, ich, mein Bruder und noch andere drei Kollegen, die kannten meinen Bruder und ich kannte auch, äh, die, auch Familien kannten sich auch gegenseitig und allem, auf jeden Fall, ähm, dann, ähm, waren wir da, in der Mitte, dann hat mein Bruder gesagt, okay, jetzt gehen wir so, dann sind wir einfach gegangen, ich, mein Bruder und die anderen drei Kollegen einfach irgendwo im Wald, sind einfach gelaufen, wollten einfach weg da, dass die Militär uns nicht mehr zurück, äh, kriegen, oder so. Aber was hat dem Militär gesagt, äh, Militär hat euch angehalten, da mäßig? Genau, also, die haben die zwei, und dann haben die gesagt, hier erstmal alle aufsteigen, genau, die haben auch die Leute da geschlagen, genau, dann haben die gesagt, hier wartet die, äh, ihr mäßig, und wir kommen halt in einer halben Stunde zurück, so. Ach, die sind gefahren, gar keiner sagt, wer hat das kontrolliert? Niemand. Die haben gesagt, wartet da, wir kommen in einer halben Stunde wieder. Genau, die haben gesagt, wartet da, wir kommen. War das vielleicht auch mäßig so extra, so ein Zeichen, so mäßig, ey, ihr habt jetzt so frei. Glaube ich nicht, glaube ich nicht, die waren mit Maschinen, die waren alles, die waren wirklich. Was wollten die denn holen, weißt du das? Wollten die Verstärkung holen, oder was wollten die zusammenholen? Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Aber komisch, oder nicht? Ich weiß es nicht, das war wirklich. Weil hier in Deutschland wird es sowas nicht geben, weißt du, dass sie zu irgendjemanden anhalten mäßig, und dann sagen, ey, warte mal hier, ich komme 30 Minuten wieder, so, weißt du, die Polizei. Das ist vielleicht, ich glaube eher, vielleicht war das eventuell so ein Zeichen so, haut jetzt ab, so mäßig. Das kann sein, das kann aber auch ein Zeichen dafür gewesen sein, nach dem Motto, geht jetzt, wartet erstmal hier, wir holen Verstärkung, und dann nehmen wir eure Sachen. Das kann auch sein. Du weißt nicht, ob die jetzt eine gute Absicht hatten, oder ob die korrupt waren, vielleicht wollten die denen sogar helfen. Wer weiß, wer weiß. Kann auch sein, ne? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht, wer da läuft. Ich glaube nicht, helfen. Ich glaube nicht, helfen. Aber warum geben die dann Backpfeifen, wenn die helfen wollen? Genau, 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 wenn die helfen wollen, ne? Wen haben die Backpfeifen gegeben? Äh, mir? Ne, nicht mehr, also der Fahrer mäßig, der Gefahrener. Den Fahrer haben die Backpfeifen gegeben? Den Fahrer. Stimmt, das hast du ja, ja, das hast du ja erzählt. Den Fahrer. Direkt am Anfang so mich, so, so direkt mal, so aufhören. Also ich habe das nicht gesehen, aber ich habe nur gehört, so, äh, okay, Tür geht auf, und dann, boom, kriegt ein Klatsch, so. War das ein Auto, oder so ein Jeep, oder sowas? Das war zwei Jeeps. Zwei Jeeps war das? Zwei Jeeps, war das. Jeeps. Jeeps. Also so ein Jeep von mir. Ja, so ein Jeep, Jeep. Ah, okay, 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 okay. Okay. Genau, genau, genau. Geländewagen. So Gelände, genau. Hatten... Ne, egal, man geht weiter, dann seid ihr in den Wald gelaufen. Seid ihr in den Wald gelaufen? Und die anderen sind ja da stehen, du dem alle? Die anderen sind irgendwie stehen geblieben, manche sind auch gelaufen, manche sind da geblieben. Wir sind einfach jetzt erstmal weiter gelaufen, so, ähm, auf der Straße, sind die ganze Zeit weiter gelaufen, weiter gelaufen, und wo so irgendein Auto gekommen ist, haben wir uns sofort versteckt, weil wir Angst hatten, dass Militär oder sonst was war, und, äh, dann sind wir irgendwie, glaube ich, ein oder zwei Stunden gelaufen, dann haben wir gesagt, okay, so, und jetzt? Dann wenigstens zurückgehen, wo wir halt waren. Wir waren so bei einer Frau, äh, türkische Frau, die war sehr, sehr, sehr nett, und, äh, ich hoffe bis jetzt, dass wirklich alles, alles gut bei ihr ist. Also, das Ding ist, man vergisst solche Sachen nicht, weißt du, was man so, die ja auf dem Weg so gibt. Und die war sehr nett, wir kannten die nicht, äh, die hat uns einfach, ähm, bei ihr zu Hause halt, äh, genommen. Krass. Und wir müssen ein bisschen was zahlen, aber ist auch selbstverständlich. Krass, die hat zu euch, äh, fünf gesagt, wie war der zu fünf? Wir waren zu fünf. Hat die gesagt, komm, schlaf bei mir so mäßig? Ja, also die waren auch in Familie, nicht nur eine Frau, da war so eine türkische, äh, türkische Familie, so eine Frau, ein Mann, die hatte auch noch Kinder, aber der Kollege von meinem Bruder kannte sie irgendwie so. Aha. Von, ne, Verwandte oder so. Deshalb könnten wir halt dann bei ihr bleiben und, äh, wir haben ein bisschen Geld so bezahlt, halt für Essen und das halt was Ding. Aber ist auch selbstverständlich, so. Ist okay, so. Und, ähm, ja, und dann waren wir halt bei ihr, die hat uns auf jeden Fall geholfen, alles gepackt, so Sachen und so. Und ich hatte mein Hemd von innen, so ein Reiseverschluss mäßig, so dass man von innen quasi so Sachen, so Geld oder Handy oder Reisepass oder sonst was. Hast du Handy gehabt zu dem Zeitpunkt? Ich hatte Handy. Wie viel Geld hatte die da gehabt zu dem Stand? Äh, in Türkei jetzt? Also da, wo ihr da gerade wart bei der Frau, so wie viel Geld habt ihr beide nur auf Tasche gehabt? Nicht mehr so viel, ne? Ungefähr. Doch, da waren wir noch in der Türkei. Da hatten wir noch 2.800, 2.700. Da waren wir noch in der Türkei. Ja, 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 ja. Und wo wir dann nach Griechenland so gefahren sind, haben wir dann... Ah, ich hab ja noch den Containerfahrer hättet die vorher schon alle bezahlt, so weißt du. Ich auch. Aber den bezahlbar hast du, äh, sollte man den danach bezahlen, oder was, mäßig? Äh, ne, nicht danach, also wenn du auf diesen Punkt kommst. Also wenn wir, ähm, zu diesem Punkt kommen, wo Boote auch gibt. Also am Meer, wenn wir am, am Meer landen, dann geben wir da das Geld. Aber korrekt. Und dann steigen wir auch sofort dann in dem Boot ein, weißt du. Gibst das Geld, steigst in dem Boot ein, und dann... Ja, erzähl weiter, Bruder, erzähl weiter. Du warst bei der Frau gewesen. Ja, Bruder, halt, die war, wie gesagt, sehr nett, hat uns geholfen und so. Und dann, äh, wo wir auf der Straße waren, da, haben wir gesagt, okay, jetzt geht's zurück zu dieser Frau. Nachdem die Polizei halt unsere Container erwischt hat. Ja, wir waren auf der Straße, niemand war da, 3 Stunden, wir laufen. Keiner war einfach da, einfach niemand, so. Und, ähm, irgendwann kam so ein Auto. Ich hatte, äh, keine Lust mehr, ich hatte keine Ahnung, so. Ich hab mich einfach an die Mitte so vom Weg gestellt, hab ich gesagt, egal, jetzt entweder sterb ich oder die steht so, das Auto, die hält an, so. Habe ich so gemacht, irgendwas gemacht, so mit meinen Händen, mit meinem Mund, mit meinem Gesicht. Also, bis die wirklich angehalten hat, das Auto und, äh, oder ist, und die ist angehalten. Und, ähm, ja, dann haben wir mit dem Mann geredet, haben wir gesagt, wir wollen nach Asmir. Also, wir waren in Asmir, in Türkei, bei dieser Frau. Und haben gesagt, wir wollen nach Asmir und so. Und dann hat der von uns, glaube ich, noch, ähm, 300, äh, Dollar, also Euro oder Dollar, so Dollar mäßig, 300 Dollar verlangt, so. Ähm, hat der auch auf jeden Fall schnapp gemacht von uns, aber für uns war das egal, weißt du, wir wollten nur einfach weg, so, weißt du. Mhm. Dass wir halt nicht gepackt werden, so. Und wir waren dann halt zurück da, äh, bei dieser Frau. Und dann haben wir halt nochmal versucht, nochmal zu machen. Wir waren da dann wieder ein, zwei Tage, dann haben wir nochmal versucht. Und bei dem zweiten Versuch hat dann, Gott sei Dank, geklappt. Ähm, wir haben wohl unsere, ähm, man hatte so eine, äh, Weste, so eine, äh, sichere, ich weiß nicht genau, wie das heißt. Schwimmweste. So eine Schwimmweste, so, wenn man, ne, wenn man im Meer einfach, ähm, Boot kaputt geht, oder sonst was, dass man diese Schwimmweste hat. Wir haben die irgendwie verloren, also die ganzen Sachen. Wir hatten so ein Auto, unsere Sachen sind irgendwie weg gewesen. Keine, äh, äh, Dings, Westen mehr, gar nichts mehr. Aber Gott sei Dank hatten wir noch unsere Reispasse, unser Geld, so. Das war immer mit uns so mäßig. So. Und andere Sachen waren weg. Und dann haben wir halt, äh, gestartet. Wir waren im Boot so mäßig. Wir waren 50 Leute, lass mich nicht lügen, so 50 bis 55. Und, äh, der Boot war halt so sieben Meter. Also es war mega, mega, mega eng. Es waren auch kleine Babys drauf. Ähm, Frauen, alte Frauen, alte Männer, ähm. Wie viele Leute waren auf dem Boot drauf gewesen? So 50. Einfach 80. Ja, ich hab nicht sprich verstanden. 50. Und das war einfach nur so ein kleines Boot? Sieben Meter so mäßig. Sieben Meter. Also ein Speedboot? So mit Motor, ne? So ein Nylonboot mäßig. Ja. Also hättest du irgendwas spitzig, äh, gehabt oder so ein Feuer, so von der Zigarette, oder so wäre der Boot auf jeden Fall kaputt gegangen, so. Da waren 50 Leute drauf. 50 Leute, also so 47 bis 50 auf jeden Fall waren wir, ja. Boah. Ja. Boah, das ist schon heftig. Jetzt wird mir auch mal bewusst, warum so viele Männer hier hingekommen sind, ne? Oft hat man ja gehört, ja, da kommen nur Männer. Ja. Aber wie soll eine Frau das alles mitmachen, weißt du? Ja, ja. Aber es gibt auch viele Frauen, die auch gekommen sind. Ich weiß. Ja, hier, unsere syrischen Nachbarn, die sind ja auch als Familie hier hingekommen. Mhm. Also ich glaub, die war schwanger, die Frau, als die hier hingekommen sind. Boah. Krass. Und, ähm, die haben die gleiche Prozedur wie du mitgemacht, ne? Krass. Aber irgendwie wird mir heute klar, dass erst mal die Männer gegangen sind, die sich dann halt gedacht haben, hey, wenn wir hier sind und angekommen sind, kann unsere Frau vielleicht hierhin fliegen, ne? Ja. Viele haben auch so gedacht. Dieser ganze Weg, der ist, boah, das ist, äh, krass. Ja, aber auf dem Meer wart ihr dann? Vom Meer, äh, vom Türkei nach Griechenland. Wie lang wart ihr auf dem Meer? Wie lang ging die Fahrt? Vier, fünf Stunden. Okay. Also nicht lange. Aber diese fünf Stunden hat sich angefühlt wie zwei, drei Tage. Sind da Leute aus dem Boot gefallen? Ne, aber wir mussten die letzte halbe Stunde schwimmen. Also irgendwann, äh... Die letzte halbe Stunde müsstet ihr schwimmen? Ja. Also irgendwann nach, ähm... Eine Stunde oder zwei Stunden war so einfach Wasser am Boot bei uns. Also wir waren mitten im Meer. Mhm. Haben wir halt nach zurück, äh, geschaut so, wo wir waren, wo wir angefangen haben oder losgegangen sind. Und da waren nur noch Berge so, da hat man nichts mehr so viel gesehen so. Also wir waren schon einen Schritt weiter im Meer. Aber wenn du auch nach vorne guckst, dann siehst du auch nur noch Berge auch von ganz, ganz, ganz weit weg. Also nur so ein... Also Griechenland hat man gesehen dann quasi. Genau, Berge von Griechenland mäßig. Ähm... Und, ähm... Leute gesagt, so, okay, jüngliche Leute, ihr müsst jetzt, äh, schwimmen, so. Also alle jüngliche Leute, die schwimmen könnten, äh, müssten auf jeden Fall schwimmen, sonst wäre der Boot kaputt gegangen. Mhm. Und, ähm, wäre auch viele Leute gestorben. Nebenan, wir sind ja auch mit, äh, drei oder vier Booten losgefahren. Also nicht nur unser Boot, sondern auch andere drei. Und zwei davon sind kaputt gegangen. Das habe ich auch miterlebt. Also die waren sofort neben uns. Äh, der Boot ist kaputt gegangen. Die haben uns so halt quasi mit Klamotten, mit alle so halt gewunken, so. Das Boot ist kaputt gegangen? Zwei Boote sind kaputt gegangen. Zwei Boote, so. Und, äh... Hast du das gesehen, so, dass die da das Boot noch drauf waren? Ich hab das gesehen, weil wir sind, äh, alle losgefahren zusammen. War das denn mitten im Meer, oder war das noch relativ weit am Anfang? Das war mitten im Meer. Ihr seid quasi so zu dritt gefahren, so ein Kolonis-mäßig? Wir waren zu viert gefahren. Also, mit vier Booten so? Ja, vier Booten oder fünf. Oh, krass. Aber, also, ich hab mich nur auf mein Boot konzentriert. Das war so, der Boot war noch auch leer vom, äh, Luft so mäßig. Man musste dann noch, äh, äh, pumpen so halt, quasi mit Luft. Und, äh, selber machen auch noch. Also selber die Leute mit Luft pumpen. Und dann, wenn der halt komplett voll ist mit Luft, dann dürfte man halt fahren. Also ihr müsst euch vorstellen, das ist einfach ein Luftballon. Also ein Luft-Nylon. Das Boot so. Seid ihr denn gepaddelt oder war da ein Motor dran? Ne, das war ein Motor. Okay, okay. Der Motor war dran. Ja, der Motor war dran. Ich hab eine Frage noch. Wie war die Reaktion von den Menschen da, die da, ähm, dieses kaputte Boot hatten? Wie ist das untergegangen, so ein Mist? Oder ehrlich gesagt, ehrlich gesagt, ich hatte auch in dem Moment mega Angst, sodass ich, äh... weinen gewesen, so bestimmt, so waren am Schreien? Bruder, die waren ein bisschen so weit, also sie waren, würde ich sagen, 10, 20 Meter weiter, so im Meer. Man hatte gesehen, klar waren die am Schreien, am Weinen, am alles, Gebete, äh, alles am Lesen. Klar, so. Das war noch mitten auf dem Meer, war das? Mitten im Meer war das, so. Mitten im Meer war das, so. Klar hat man Angst, Bruder. Also, geh ich mal sehr stark davon aus, dass die Leute das nicht geschafft haben. Wurden die denn gerettet? Bruder, ich weiß nicht, aber man hat gehört, viele, dass da viele halt gerettet wurden, aber viele sind auch gestorben, so. Ja, krass. Und, äh, ich hoffe, dass die halt nicht gestorben sind und, äh, ich weiß nicht. Also, für mich war das halt sehr, sehr, sehr schwieriger Moment, so. Aber was willst du machen? Weißt du, was ich meine? So, und von unserem Boot, so hat der quasi, Mann, der hat der Boot so gefüllt, hartmäßig, ähm, hat auch gesagt, wir haben mit denen geredet, so, dass wir denen helfen können. Und so hat er gesagt, guckt euer Boot selber an, so. Wir, in einer Stunde, wenn wir so bleiben, dann gehen wir auch so kaputt, unser Boot, so. Wir müssen nach uns gucken, mäßig, weil wir sind genau in diesem Moment. Ja. Und wenn wir die retten wollen, dann sterben wir alle, weißt du? Hm. Man muss halt auch überleben in dem Moment, ne? Ja, weißt du, was ich meine, ne? Du warst, du warst im Krieg, du warst auf der Flucht, du bist schon vor der Polizei und dem Militär geflüchtet, so, dann hast du eine nächste Chance bekommen auf diesem Boot. Was soll man da sonst machen, ne? Dann auf jeden Fall hast du die halbe Stunde ein bisschen erstmal geschwommen. Also, ich bin 20 Minuten, halbe Stunde, so mäßig halt geschwommen und ja, das war sehr, sehr. Wie kann man sich das vorstellen, wenn du erstmal so 30 Minuten schwimmst zusammen mit deinem Bruder? Und die drei Jungs waren ja auch noch am Start gewesen? Ähm, da waren viele Jungs von unserem Boot. Also alle Jungs. Ihr seid immer größer geworden, so eine kleine Truppe, so mäßig, so. Also alle, die, äh, von 15, 16 bis 40 Jahre alt waren. Die schwimmen konnten, die einfach ein bisschen, die sportlich waren. Genau, genau, haben die gesagt, jetzt, ja. Was hast du denn da am, wo seid ihr dran geschwommen, seid ihr am Strand dran geschwommen oder irgendwie so? Äh, wir sind neben diesem Boot, Bruder. Also wir sind neben diesem Boot einfach, genau, weiter geschwommen und, äh, bis halt zum Strand so. Bis zum Strand so. Bis zum Strand. Was hast du gemacht, wo du am Strand warst? Was, wie ging's da weiter? Bruder, erstmal haben wir gefeiert, dass wir nicht gestorben sind. Weiß ich meine. Weiß ich meine. Erstmal haben wir gefeiert, Bruder, okay, wir sind nicht gestorben, so. Okay, weiter geht's so. Ähm, ja, Bruder, da war so auch ein Mensch, so auch ein, ähm, Typ aus Griechenland. Der hat auf uns gewartet, so, einfach aus Griechenland, so ein griechischer Typ, so. Hat gesagt, ja, schön, dies, das, alles gut, ähm, und am Anfang hab ich gedacht, okay, der ist nicht so. Aber der wollte einfach nur unseren Motor haben von dem Boot, also, dieser Motor wollte er einfach haben. Und er hat das genommen, so, man könnte mit dem Motor gar nichts mehr machen. Das ist so, Bruder, schlecht. Ja, Bruder, deshalb, ähm, ja, und dann, und dann sind wir einfach weiter. Wir waren so in ein, ähm, Insel in Griechenland, die hieß Mithelini, Mithelini irgendwie sowas. Ich weiß nicht, ob ich das richtig gerade ausspreche. In Griechenland? In Griechenland, so eine Insel. Ja, ja. Waren wir drauf, also wo wir angekommen sind, war Mithelini hieß die. Auf jeden Fall, äh, wir sind drei Tage, vier Tage gelaufen, zu Fuß. Aber mit der ganzen Gruppe, die auch das Boot verlassen haben oder habt, hat sich die Gruppe auch so gespalten und aufgeteilt? Genau, also wir waren in einer Gruppe und dann, äh, hat so ein älterer Mann von uns geredet, hat gesagt, so, wir bleiben zusammen so und wir helfen uns gegenseitig. Und, äh, wir gehen auch zusammen, was halt für ein oder auf einen passiert, passiert mit allen. Mhm. Und dann sind wir am ersten Tag auch noch zusammen alle gelaufen. Und dann, nach dem ersten Tag, ähm, war ich nur noch mit meinem Bruder und den anderen drei Kollegen, ähm, sind wir weitergelaufen, weitergelaufen. Wir waren so angekommen, in ein, strandmäßig, wo wir da angekommen sind und nur noch Berge. Also Berge und Straßen hoch runter, da waren keine Leute, keine Menschen, nur noch Hunde waren da, also so Hunde, die auf der Straße einfach da sind. So Berge hoch runter, so. Und vielleicht nach fünf, sechs, sieben, acht Stunden laufen, hast du so einen Mensch oder so eine Frau oder so gesehen. Aber ganz, ganz selten. Aber auch so, die da wohnen, so, weißt du? Und da waren einfach Berge, so. Und mitten im Berg war so ein Haus, so ein kleines Haus, so. Und, äh, wir sind einfach immer weiter, weiter gelaufen, ähm, bis zu einer Frau da gewesen, die hatte Wasser gehabt, die hat uns Wasser gegeben. Auch auf dem Weg. Krass, Hammer. Äh, dann sind wir auch weitergelaufen, zwei Tage oder so durch, also wir haben wirklich keine Pause gemacht, so. Und, ähm. Wie viel Geld hattet ihr in Griechenland? Also das, die Bootfahrt musstet ihr ja bezahlen, ne? Also, ich weiß nicht, 700, 800, 700. Oh, aber fast alles weg, ne? Also nicht mehr so viel gehabt. Krass, krass. So mäßig. Auf jeden Fall, ähm, dann sind wir halt weitergelaufen. Nur du hattest so viel oder du und dein Bruder zusammen? Ich und mein Bruder zusammen. Also, jeder hatte so viel. Okay. Genau. Jeder hatte so 700, 800, 900, so. Auf jeden Fall, ähm, dann sind wir weitergelaufen, zu einem Punkt, so. Und dann haben wir gesagt, okay, jetzt brauchen wir irgendwas zu essen, irgendwas zu trinken. Und da war wirklich nichts. Also kein Restaurant, gar nichts. Einfach nichts, so. Und dann haben wir irgendwie so auf Handy geguckt, so. So, ob man, äh, 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 so auf GPS guckt, ob Restaurant da gibt, ob, äh, Imbiss, ob Kaffee, ob irgendwas da gibt. Und da stand, dass so ein, äh, äh, so von außen dieses Dorf in Griechenland oder diese Insel irgendwie so gibt. Sind wir da hingegangen, da war so Pommes, ähm, was war da noch, äh, Pommes, Hähnchenbrust, sowas mäßig, so halt, was man so schnell essen kann. So, sowas zu trinken, haben wir halt ein bisschen was gegessen. Dann sind wir weitergelaufen, auch weiter, ähm, Richtung, äh, Methadonien wollten wir. Und, ähm, genau, dann waren wir, ich, mein Bruder und die drei Kollegen. Dann irgendwann hat mein Bruder mit den drei Kollegen sich gestritten, ich weiß nicht, aus irgendeinem Grund, so. Und dann hat er gesagt, so, zu mir, so, willst du mit dir bleiben oder willst du mit mir kommen, so. Und ich hab gesagt, du bist mein Bruder, so, normal komme ich mit dir. Mhm. Und dann hat er gesagt, okay, wir laufen alleine, so. Und dann sind wir halt vor dir gelaufen, so. Ach, krass, habt ihr euch so verstritten. Wir haben uns verstritten. Also, mein Bruder hat so mäßig verstritten. Boah, mies, Mann. Und, ähm, ja, also, ich hatte... Ja, aber auch normal. Ja, normal bist du so lange unterwegs, so. Du bist die ganze Zeit am Laufen und am Gehen, da ist, geht das schnell. Du kannst, du kannst nicht... Nehmen wir an, wir würden aus Deutschland flüchten, so. Und wir würden zusammen durch irgendeine Wüste laufen, oder so. Ich könnte, ich könnte wetten, wir hatten am Ende auch Streit miteinander. Egal, wie sehr wir uns flüchten. In einer Stunde oder so, glaube ich. Korrekt. Hätte ich doch zusammenschlagen. Weißt du? Nein, Spaß. Nein, Spaß. Ja, Bruder, auf jeden Fall, wie lange warst du in Griechenland gewesen? Wie viele Tage, Monate, oder wie lange war das? Nein, 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 keine Monate, Bruder. Wir waren auch so fünf Tage. Fünf Tage wieder? Vier Tage. Vier Tage, fünf Tage, nicht mehr, nicht länger. Vier, fünf Tage so mäßig. Wie kann man sich die Grenze da vorstellen? Wie der Übergang, musstest du auch wieder Leute bezahlen? Oder ging das, war das, konntest du da so durchgehen? Oder? Am Anfang wussten wir ja nicht. Und wir sind, ich und mein Bruder einfach weitergelaufen. Wir sind, keine Ahnung, fünf Stunden alleine halt, nachdem der mit den Kollegen da halt verstritten hat sich, sind wir halt fünf Stunden oder so alleine gelaufen. Und irgendwann kam ein Auto so an uns vorbeigefahren. Das erste Mal. Und dann nach einer halben Stunde ist die so zurückgefahren, so. Das gleiche Auto so, ne? Oh. Und das war ein blaues Auto so, das weiß ich immer noch. So ein kleines blaues Auto, das war so ein Mann und zwei Frauen. Und dann sind die angehalten, die sind eiskalt angehalten. Haben mit uns so auf Englisch geredet, haben gesagt so, hallo, so, where are you from? So, was macht ihr hier? Woher kommt ihr so? Mein Bruder hat geredet, hat gesagt, wir kommen aus Syrien. Und wir flüchten gerade halt vom Krieg und so, nach Europa irgendwo und so. Und wir versuchen gerade halt zu einer Stadt zu kommen. Und dann hat die gesagt, wisst ihr, wie lange noch diese Stadt dauert? Und bereits sind wir oder waren wir irgendwie fünf, sechs Stunden am Laufen. Alleine ich und mein Bruder. Und dann hat die gesagt, ihr braucht noch locker drei, vier Stunden, bis ihr einkommt zu Fuß. Und dann hat die gesagt, so, okay, steigt ein, wir bringen euch. Hammer, ne? Wir sind eingestiegen, die haben uns Apfel gegeben und Wasser. Das wird man, glaube ich, niemals vergessen. Wirklich, also das, ja, das vergisst man nie wirklich. Und dann war ich mit meinem Bruder halt und zwei Frauen und dieser andere Mann, die haben uns dann eine Stunde oder so gefahren. So ein, so ein Flüchtlingsheim oder so ein Heim mäßig, wo man so Schokobrötchen bekommt oder so. So von Jugend irgendwas, weißt du, was ich meine? Und wir waren da, haben so Schokobrötchen. Dann habe ich mich auch erst mal gefreut auf jeden Fall, weißt du, Schokobrötchen, geil, kannst du erst mal was fressen, so. Habe ich erst mal Schokobrötchen so viel gegessen, bis ich nicht mehr könnte, so, weil ich dachte, okay, vielleicht nächste zwei, drei Tage kein Essen mehr. Habe ich halt viel gegessen mit meinem Bruder, so ein bisschen diese Schokobrötchen gegönnt. Und dann sind wir weitergelaufen. Auf jeden Fall uns bedankt halt bei dieser Frau und, also bei diesen zwei Frauen und der Mann, die uns halt geholfen haben. Und bis heute, wenn der mich sieht, aber ich glaube ja nicht, weil der versteht ja auch die deutsche Sprache nicht, glaube ich. Aber auf jeden Fall waren sehr, sehr, sehr nette Leute und solche Leute vergisst man einfach nie im Leben, so, bei diesen auch Situationen, so. Und ja, dann waren wir da, sind wir weitergelaufen. Also in Griechenland war sehr viel laufen. Sehr, sehr, sehr viel laufen. Sehr, sehr viel laufen. Also in keinem Land bist du so viel gelaufen wie in Griechenland. Also wir waren wirklich nur am Laufen, wirklich nur am Laufen. Wo habt ihr geschlafen? Einfach auf dem Boden? Wir haben auf der Straße geschlafen. Also wir haben im Park drei oder vier Stunden geschlafen, bevor wir uns mit den anderen Kollegen verstritten haben. Oder mein Bruder besser gesagt. Ähm, waren wir so am Laufen irgendwann, haben wir gesagt, okay, jetzt machen wir Pause und wir liegen, da war so ein, zwei Uhr nachts. Und wir waren so im Park und da waren so kleine Steine. Kennt ihr so im Park? So ein, nicht kein Kindergarten, sondern so, oder Parkplatz, sondern so ein Park einfach, wo es so kleine Steine gibt. Ja, ja, ja. Auf jeden Fall, wir haben geschlafen, versucht zu schlafen. Ich war da auf dem Boden und irgendwann so mitten in der Nacht so, mir war kalt, wirklich kalt. Und ich bin aufgewacht so, ich hab, egal wie schwer du schläfst, egal wie schwer du schläfst. Und diese Situation, wenn du so, dich einmal hinlegst, egal wo, egal was, du schläfst, weil wir waren so müde. Genau. Richtig, richtig müde, so. Du hast bestimmt auch gar keinen Muskelkater mehr oder so gehabt, ne? Oder Fußschmerzen oder so. Ich hab mein Komplett, ich hab nichts gemerkt, gar nichts gefühlt. Du warst taub. Ja. Komplett taub, so. Auf jeden Fall, ähm, wir haben auf diese Steine halt so geschlafen, mäßig, hab ich versucht. Zwei Stunden, ich hab, danach so bin ich aufgewacht, so, ich könnte nicht, es war so fucking kalt. Dann hab ich so gedacht, okay, hab ich erst mal so angeguckt, der Kollege von meinem Bruder, der hatte so einen Mantel, so einen wirklich großen Mantel, so, ne? Und ich hab gedacht, okay, Abdullah, so, du musst was machen, so. Dann hab ich versucht, der war so am Schlafen, aber so, dass der noch nicht aufwacht, dass der nicht mitbekommt. Dann hab ich versucht, so seinen Mantel so ein bisschen auszuziehen, dass der eine so Hälfte hat und ich die andere Hälfte, mäßig, ich weiß, was ich meine. So, auf jeden Fall. Ähm, diese Bauchtasche fuckt mich langsam ab. Auf jeden Fall, Bruder, ähm. Du kannst sie auch kurz ausziehen, kein Problem. Ja, alles gut, ich, äh, lass die jetzt erst mal an. Auf jeden Fall, ja, hab ich halt erst nach Hälfte der Mantel so halt genommen. Hab ich so versucht, auf mich zu decken ein bisschen. Und, äh, irgendwann ist der so aufgewacht, hat er gesagt, so, was machst du da? Und so, weißt du, das ist meine Mantel und so, gib mir her. Und so, hab ich gesagt, okay, Bruder, chill, alles gut, nimm, nimm, nimm. Ja, und dann, ähm, ja, wir haben so drei, vier Stunden, bis angefangen hat zu regnen. So, irgendwann hat es angefangen zu regnen, so, und, ähm, ja, dann könnten wir nicht mehr schlafen. Wir sind dann aufgestanden, sind weitergelaufen. Äh, dann irgendwann warm war, so in einer Stadt, so diese Mitte, also dieses Zentrum von Mittellinie, also dieses, diese Insel mäßig. Mhm. Und da war so, äh, äh, nur noch Schiffe, war so ein Platz, da war Schiffe mehr, so Schiffe und viele Polizei, viele, viele Leute, Flüchtlinge, die da auch waren. Mhm. Und wir müssten von Griechenland einen Zettel nehmen, dass wir halt weiter reisen dürfen, also dass wir... Nach Mazedonien? Nach Mazedonien, also dass wir quasi von Griechenland einfach weg dürfen. Ja. Dass wir so einfach, ne, wir haben dieses, äh, wir haben versucht, diese Zettel zu bekommen. Am Anfang war es sehr schwer, weil die uns eingesperrt haben, so in ein, ich weiß nicht, wie ich das erklären soll, aber das war so wie ein Hafen, so ein großer, großer, großer Hafen, so, wo Schiffe da waren. Und da war so ein riesen Tor, so. Und wir waren alle drin, die haben dieses Tor zugemacht, die Polizei da. Und, ähm... Aber wir hatten die euch erwischt da bekommen, so... Ne, 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 ne. Wir waren, also, die haben uns nicht erwischt, wir sind ganz normal, also freiwillig dahin gegangen. Weil wir müssten da hingehen und mit denen erstmal reden, um dieses Zettel zu bekommen. Ja, ja, ja. Um diese Zettel zu bekommen, ne, dann waren wir da, dann haben wir geredet, die haben uns erstmal eingesperrt, haben die gesagt, okay, wartet hier. Und dann machen wir so quasi so eine Schlange und jeder so bekommt dann diese Zettelmäßig. Und dann hat man da gewartet, so ein, zwei Tage. Ich weiß immer noch, da war eine Schlange locker 10, 20 Meter. Da war wirklich, also die Schlange war so krass. Alle wollten diesen Zettel haben unbedingt, ne? Also, du kannst nur mit diesem Zettel raus. Du kannst nur mit diesem Zettel raus. Wenn du diesen Zettel nicht hast, dann musst du... Am Ende hast du dann diesen Zettel bekommen. Dann musst du in Griechenland bleiben, richtig. Auf jeden Fall, wir waren da. Mein Bruder hat, glaube ich, auch zwei Tage in dieser Schlange geschlafen. Also, ihr müsst euch vorstellen, der war auch in dieser Schlange und der hat zwei Tage geschlafen, bis der halt dran war. Und, ja, dann waren wir dran. Die haben so von uns Fotos gemacht. Wir haben so Fingerabdrücke und so gemacht. Und dann haben wir die Zettel bekommen. Ähm, dann... Also, mein Bruder hat als erstes diese Zettel bekommen, ich noch nicht. Und dann hat er zu mir gesagt, ähm, Abdullah, komm. Dann hat er irgendwie geklärt, dass ich auch so vor... mich vordrängen so könnte, ein bisschen. Weil der auch vor mir war, hat gesagt, dass mein Bruder und so. Dann könnte ich diese Zettel auch schnell bekommen. Und dann wollten wir halt weiter nach Mathedonien, so. Und dann irgendwann so zwölf Uhr nachts oder so, wir waren so in einem Wald und haben gesagt, okay, jetzt gehen wir nach Mathedonien. Und so, auch... Aber mit Zettel? Ihr hattet Zettel gehabt? Ja, wir hatten Zettel, aber das war auch trotzdem irgendwie illegal. Okay, okay. Also, Griechenland lässt sich... Also, der Zettel hat nicht so krass... Also, Griechenland lässt sich raus. Mhm. Nur raus. Ja, ja. Aber Mathedonien lässt sich ja nicht rein, weißt du? Ah, okay, okay. Griechenland sagt, okay, du darfst raus, so. Aber wo raus? Weißt du? Auf jeden Fall. Wir wollten nach Mathedonien und das war so, das war so nachts. Und das war so eine Truppe. Also, so ein Mann, der hat uns so verteilt, hat gesagt, hier sechs Leute, sechs Leute, sechs Leute. Und wir versuchen dann, äh, uns zu schleichen mäßig über die Grenze von Griechenland nach Mathedonien. Dass wir dann einfach... War das so ein Wald gewesen? Das war ein Wald, ja. Ein Wald, so. Das war ein Wald. Das, die Grenze war so ein Wald so mäßig? Ein Wald, genau. Okay, okay. Dann seid ihr dann so mit sechser Trupps so, so durchgeschlichen. Genau, 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 genau. Und dein Bruder und dann auch... Ich, mein Bruder, die Kollegen waren auch dann da. Wir haben uns alle... Ich muss mal kurz einen Cut setzen. Ich glaube nämlich, die Aufnahme ist abgebrochen eben, wo es geknackt hat. Glaubst du, oder siehst du das? Ich seh das, weil es geht hier nicht mehr weiter. Ja, dann machen wir... Ja. Also müssen wir nochmal neu anfangen. Wurde, gut, dass du das jetzt so gesagt hast. Wo war, ähm... Ja, machen wir einfach weiter. Wir waren stehen geblieben. Durch den Wald. Du warst mit, äh, äh... Mit sechs Leuten seid ihr durch den Wald gegangen. In Griechenland, genau. Und wir wollten nach Mathedonien. Ja, du und dein Bruder. Und dennoch, äh, die drei Hummels... Andere fremde Leute auch. Andere fremde Leute auch. Andere fremde Leute. Die haben uns so gedrängt. Und dann? Wie ging es weiter? Äh, ja, dann... Wir sind halt, äh, durchgeschlüchen. Irgendwann haben wir, ähm, einfach gesehen, wie ein Panzer durch den Wald Richtung uns kommt. Und so quasi zwei Meter vor uns. Aber so gegenüber uns. Anhält. Aber zwei Meter vor. Und genau gegenüber uns so, als hätten die gewusst oder uns irgendwie gesehen, dass wir im Wald waren. Und das war so dunkel und, ähm, war auch Gras im Wald. So Bäume, Gras, ähm, Gebüsche, alles drum und dran so. Und wir waren halt wirklich so am gehen, so halt auf Knien und, äh, Ellbom so mäßig. Ähm, die haben uns trotzdem irgendwie gesehen. Und da war so ein Panzer. Also Panzer, aber ohne, ohne diesen, ähm, Ding da, wo die damit schießt. Ja, dieses, äh, Rohr. Also nur so... Ja, dieses, äh, Panzerrohr mäßig. Ja, mäßig. Weißt du? Und, äh... Weil da MG's da oben drauf und sowas so, weißt du? Genau, MG und so, genau. Das glaube ich was anderes. Auch irgendwie so ein Panzer. Auch so ein Panzer. So andere Art. Genau, genau, genau. Auf jeden Fall, ähm, ja, dann sind Leute ausgestiegen, so polizeimäßig. Die sind zu uns Richtung uns gekommen. Mazedonische Polizei war das? Mazedonische. Ja. Sind Richtung uns gekommen, so halt, mithin nicht so gemacht auf dem Boden. Und wo ich gesehen habe, habe ich unsere Truppe halt ein bisschen verlassen und bin ich ein bisschen nach links, aber auch so halt... Mit deinem Bruder war der die ganze Zeit bei dir an der Seite? Mein Bruder war kassiert mit mir, hat gesagt, lass mal ein bisschen nach links, so. Weil wir waren alle sechs Leute, sieben Leute zusammen, richtig zusammen, näher aneinander, so. Und dann hat er gesagt, lass mal ein bisschen nach links. Wir sind ein bisschen nach links, so weiter, 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 so. Aber auch nicht so weit, bis der Mann auch angekommen ist, hat er mit dem nicht so einmal gemacht. Dann hat er auch voll viele Leute da gesehen, also halt von unseren Truppen. Hat er gesagt, dann sind Leute aufgestanden und haben gesagt, ey, seid ihr Polizei oder seid ihr Terroristen oder halt Diebe, so. Weil wir haben am Anfang das gesagt, da, ähm, da wir halt wollten, dass die Polizei denken, okay, ist alles gut. Weißt du, was ich meine? Wir haben so gesagt, seid ihr Polizei, seid ihr Diebe, sowas seid ihr so. Die Leute haben gesagt, und die haben gesagt, wir sind Polizisten, was macht ihr? Haben die sehr, wir wollten nach Matedonien und so, haben gesagt, nee, geht's nicht. Und ihr müsst zurück und so. Am Anfang waren die höflich, so, die aus dem Panzer haltmäßig ausgestiegen sind, die Polizei. Aber wir waren noch im Kras, also ich, mein Bruder und noch eine Kollege. Wir waren wirklich zu dritt ein bisschen nach links gegangen und die haben uns haltmäßig nicht gesehen erst mal. Mhm. Und ein Mann, der hat die anderen erwischt, uns nicht, wie gesagt, der kommt dann einmal zwischendurch zu uns, also wir waren da am Liegen. Der kommt die ganze Zeit, so macht der Licht auf uns, aber der sieht uns nicht, ne? Mhm. Und geht wieder. Macht der Licht auf uns und jedes Moment denk ich mir, okay, jetzt, das war's, das war's, das war's, hat er gesehen. Jetzt hat's gesehen, so, weißt du? Der hat's einfach nicht gesehen, also der hat's uns einfach... Euch hat er nicht gesehen. Der hat uns einfach nicht gesehen. Letztes Mal, der mit, der, äh, mit dem Licht so halt zu uns so geleuchtet hat, hat dann der Kollege von uns einfach so Hände hoch gemacht, so, und hat gesagt, ja, so, ne? Der Kollege, der mit dir und deinem Bruder war. Genau. Der ist ein bisschen von uns weggegangen, so, ja. Der Polizist hat ganz Zeit mit dem Licht geleuchtet, so, erst mal, zweitemal, drittemal, viertemal, fünftemal, so. Und, äh, letztes Mal hat der Kollege dann, hat gesagt, so, der ist einfach aufgestanden mit Hände hoch, so, hat gesagt, okay, so, wir sind da, so. So, mäßig, weißt du? Und dann hat er uns gesehen, so, und dann mussten wir aufstehen. Wow. Ja. Und dann sind wir aufgestanden, hat er gesagt, ja, erst mal zurück, so. Und dann sind wir zurückgelaufen, ähm, so, paar Meter. Da haben wir gesagt, okay, jetzt versuchen wir von anderen Weg mäßig, so, von, normal so einen Erdenweg, weißt du? Mhm. Wir waren so im Wald zwischen so Maiswälder und so Gebüche und so, aber wir wollten so einen normalen Weg, halt in diesem Wald, also gibt's so einen kleinen Weg, weißt du? Und diesen normalen Weg halt nehmen, wo man auch mit Fahrrad oder so fahren kann. Und dann waren wir halt in diesem, ne, sind wir von da gelaufen, haben gesagt, okay, jetzt versuchen wir nochmal. Sind wir auch gelaufen bis zu einem Punkt, da war so ein Bus, so ein Bus, so mäßig. Und da war so ein Licht an und wo wir angekommen sind, war der Licht aus. Also war ein bisschen so zwei, drei Meter so weit weg. Und, äh, Licht von Bus geht so halt aus und es war mega dunkel, drei Uhr nachts so oder so. Mhm. Dann haben wir gedacht, okay, was ist das und so. Sind zwei Leute ausgestiegen mit so einem Schlagstock mäßig. Und die waren aber auch Polizei, glaub ich. Mazedonien. Mazedonien, Mazedonien. Genau, auf die Grenze so mäßig. Mhm. Ja, dann sind die zu uns gelaufen mit dem Stock und Licht und die wollten uns hauen, dann sind wir alle so weggelaufen, alle richtig weggelaufen. Und dann mussten wir halt nach Griechenland, dann hat's nicht geklappt, dass wir halt nach Mazedonien. Und zweimal ist über die Grenze fehlgeschlagen so mäßig. Zweimal ist fehlgeschlagen. War sehr hart die Grenze da. Ja, sehr, sehr hart war das. Zweimal fehlgeschlagen mäßig und, ähm, genau. Und dann, ähm, haben wir halt gesagt, okay, und jetzt so? Haben die griechischen Polizei gesagt, wartet ihr, bis wir halt sagen, ihr dürft weiter. Und da hat's wirklich so krass geregnet, ähm, da war alles nur noch nass und, äh, Schlamm, alles einfach. Weißt du, Matsch, alles so, weißt du. Und, äh, das war sehr, 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 sehr schwer. Aber wir mussten dann da schlafen, so ein oder zwei Tage, glaube ich, auch in der Grenze. Und, ähm, genau. Dann am Ende durften wir einfach weiter, so halt gewissene Menschen durften weiter, weißt du. Nicht viele, sondern gewissen, jeden Tag so ein bisschen mehr, so in der Grenze. Mhm. Ein bisschen mehr, ein bisschen mehr. Dann waren wir halt in Mazedonien so mäßig. Und, ähm. Habt ihr an der Grenze, legal habt ihr das dann aber dann geschaffen, ne? Genau, wir sind dann legal halt da. Ah, okay, okay. Und, ähm, und wo wir dann legal da waren, halt in Mazedonien, die haben uns auch gesammelt, die Polizei und so mäßig, dass wir auch weiterfahren können, so, von Mazedonien weg. Und, äh, das war Griechenland, Mazedonien, ähm, Serbien und dann Ungarn. Auf jeden Fall von Mazedonien. Wollten wir dann nach Serbien, ähm. Aber ganz kurz, was, wie war der Stand dann, äh, Mazedonien, wie viel Geld hast du da noch gehabt? Ähm. War bestimmt nicht mehr so extrem viel dann, ne? Nicht extrem viel, so fünf, sechshundert so mäßig. Mhm. Also wir haben auch nicht so viel Geld ausgegeben, wo wir am Laufen waren. Nur für Essen halt, ne? Nicht mal für Essen, weil zwei, drei Tage, oder manchmal hast du einfach kein Essen gefunden. Ja, ja, ja. Konnte man nicht kaufen, gemisch und sowas, ja. Kein Geschäfte, also es war wirklich nur Berge. Ja. So Berge hoch, runter, so wie, äh, Dschunkel mäßig. Also wirklich Dschunkel. Und du hattest nie die Möglichkeit dazu gehabt, dir eine Jacke zu kaufen, ne? Daran denke ich die ganze Zeit so. Oh krass, krass. Kommt vielleicht irgendwann die Stelle, wo er sagt, und da hab ich mir deine Jacke gekauft. Ähm, dazu kommen wir noch, oder nee, wir haben eigentlich was verpasst, dann, äh, in Griechenland, muss ich sagen, ähm, in Griechenland, äh, bevor wir Griechenland verlasst haben, waren wir mäßig so auf eine, äh, Zugschiene, so, ne? Und da war so ein Imbiss, der hat so Klamotten verkauft, so ein, ein Wagen, der hat Klamotten verkauft. So ein Mann. Ja. Und ich hatte da voll wenig Geld und ich hatte Angst, dass mein Geld, ich mit meinem Geld nicht auskomme und ich irgendwo in Griechenland, Matedunien oder so hängen bleibe einfach, weißt du? Mhm. Ja, aber mir war ja kalt, so. Mir war mega kalt, so. Und ich hab gedacht, okay, das ist deine Chance, so, du musst irgendwas machen. Dann bin ich da gegangen und wo der Mann halt weggeguckt hat, hab ich mir so einen Bullover einfach genommen. also geklaut mäßig. Ja, okay. Du hast ja gut gemacht. Weißt du, was ich meine? Ich hab so einen Bullover geklaut so. Hat Toni auch schon gemacht. Dem ging's immer gut. Genau. Bruder ist das schon mal gut. Ähm, ja, also, das war ja, also, ne. Mir war mega kalt und ich musste irgendwas anziehen. Ich hab einfach einen Bullover genommen, hab ich den angezogen, das war's. Bin ich abgehauen. Da stand irgendwie 10 Euro oder so, äh, so ein, so ein Zettel auf diese Bullover. Ich weiß nicht, tut mir leid, ich glaub, der ist deswegen nicht gestorben, so, ne. Finanziell so ein Loch gehabt. Genau, genau. Ich glaub, wegen dieser Bullover ist der jetzt nicht gestorben oder so. Ich hab den nicht mies geschadet, so. Aber für mich hat das viel gebracht, weißt du. Mir war kalt. Er hat eine gute Tat vollbracht. Genau. Dadurch, dass der kurz auf die Toilette gegangen ist, ja. Der war nicht auf die Toilette, Bruder, der war genau da, also daneben da. In Mazedonien, wie viele Tage warst du da gewesen in Mazedonien? Bruder, nicht lange. Also, wir waren in Mazedonien, ähm, die haben uns auch eingesperrt, so mäßig. Haben gesagt, auch, du musst einen Zettel da irgendwie bekommen. Immer wieder so einen Zettel besuchen. Immer wieder irgendwie einen Zettel. Ja. Aber wir hatten keine Lust drauf und, ähm, ja, mein Bruder hat gesagt, wenn es so weitergeht, dann haben wir bald kein Geld mehr und, ja, so. Dann kacken wir ab, so. Ja, ja. Da war so ein Sound, so mäßig, in diesem Riesenplatz, wo die uns so halt eingesperrt haben. Auch im Wald, immer so im Wald, 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 wo keiner, wo einfach niemand gibt, so, weißt du. Und, äh, ja, da war so ein Sound mäßig. Und wir haben so geplant, mit, äh, Leuten da abzuhauen. Also, von Mazedonien nach? Von Mazedonien nach, äh, Serbien. Serbien. Nach Serbien, genau. Und wie war der Stand gewesen? Hattest du schon eine Idee gehabt, wo du hin willst? Weil, das sei das schon über viele Länder. Also, hast du nicht gesagt, ich bleib jetzt hier in Griechenland, gelles Wetter, Strand? Also, ähm, also am Anfang, hab ich eigentlich nichts gedacht, wo ich gedacht habe, okay, jetzt, ich will da hin, oder ich will da hin, so. Mein Gedanke war erst mal raus, weißt du. Einfach ganz weit weg. Einfach, einfach weg. Ganz weit weg. Einfach weg, keine Ahnung. Gar keine Idee gehabt, irgendwie, vielleicht irgendwie. Keine Idee, eigentlich nicht, eigentlich nicht. Mein Bruder ist ja Profiboxer, äh, wie wir am Anfang erwähnt haben, und, ähm, der wollte unbedingt nach Deutschland. Nach Köln stimmt. Nach Köln. Ja. Weil der gesagt hat, in Köln kann man Profi machen und so. Mhm. Und das ist, äh, sein Traum gewesen. Leider könnte er seinen Traum nicht weitermachen, wegen der, ähm, Verletzung, was er hatte. Auf jeden Fall, ähm, ja, dann, wegen ihm sind wir eigentlich nach Deutschland gekommen, so mäßig, weil der halt nach Deutschland wollte, so. Ich wollte eigentlich nach Schweden, da meine Tante in Schweden war, und die ist schon, schon länger da gewesen, und, ähm, ja, meine Cousins sind auch da und so, und ich hab gedacht, wenn ich, äh, jemanden da habe, besser alles ist. Das ist immer einfacher, ja. In einem fremden Land. Ich wär auch noch Schweden, ich hätt auch noch Schweden gewollt. Weißt du? Ich auch. Ja. Ich mein, ich seh so aus wie ein Wikinger, weißt du, passt ja, dieses Skandinavische, Schweden wär schon ganz gut gewesen. Ja, Bruder, auf jeden Fall, dann, wie war der Übergang von Mazedonien nach Serbien? Wie war das so? Wie kann man sich vorstellen? Ähm, Bruder, das war so. Weil es war überall Polizei, ja, an diesem Platz. Und dann, ähm, wir haben so unter diesem Zaun, war Erde, ja, mäßig, ne? So ein Zaun, und unter diesem Zaun so war Erde, wir haben die ganze Zeit begraben, so, ganze Zeit begraben, so, bis so ein Loch war. Und jemand hat den Zaun so mäßig nach oben so gehalten, und der andere könnte sich dann so von unten nach oben in die andere Seite, weißt du, einfach so reingehen, so. Ja. Und, äh, genau, dann sind wir sofort abgehauen, so, von diesem Zaun. Mein Bruder hat mich so gehalten, ich bin abgehauen, dann hab ich gewartet, mein Bruder kam nach mir, und dann sind wir ganz, ganz schnell so gerannt. Ähm, ja, und dann war so ein Bus da stehen, also wir sind so 10 oder 15 Minuten gelaufen, so richtig gerannt, und da war so ein Bus, wir sind eingestiegen, haben gesagt, wir wollen nach Serbien irgendwie sowas. Kannst du mal der Bus, der da so rumfällt, immer so? Nein, der war irgendwie am Stehen. Okay. Der Bus war am Stehen. Das war aber so ein Bus, der für die Passanten da war, der die von A nach B bringt, so mäßig, oder? Der war leer, ich weiß nicht. Einfach ein leerer Bus? Der war ein leerer Bus. Okay. Das war mega komisch, also, wir sind gelaufen, da war ein Bus, die Leute sind eingestiegen, wir sind, äh, mit die Leute einfach eingestiegen, haben gesagt, ja, nach Serbien hat er gesagt, bringe ich euch, aber von jedem 50 Euro, so, haben wir gegeben. Ähm, und, ähm, ja, dann hat er uns nach Serbien gebracht. Einfach über Grenze ganz normal durchgefahren? Ähm, genau, dann sind wir, also wir sind ja auch ein Stück in Methadonien gelaufen, mhm. Und dann, wo wir diesen Bus auch, äh, gefunden haben, haben wir, dann sind wir eingestiegen, hat er uns nach Serbien gebracht. Wie lange ging die Fahrt? Acht Stunden, neun Stunden. War es entspannt? Hast du das genossen? Ähm, ich muss leider sagen, im Bus oder generell, wenn ich fahre, so im Bus oder im Zug oder so, mir wird es schwindelig. Oh. Also, ich habe so eine Krankheit. Also, jetzt nicht so miese, aber wenn ich im Bus oder Zug, nicht immer, aber manchmal wird es mir schwindelig, so. Einfach so, ne? Mhm. Kreislauf und so. Ich dachte mir, es wäre immer schön gewesen, so. Deswegen war das. Wenn man die ganze Zeit nur am Laufen ist, dann fährt man endlich mal Bus. Boah, egal. Und dann hat der Arme noch so eine Krankheit, weißt du? Ja, Mann, also ich, äh, wenn ich, äh, wenn ich über eine Stunde mit dem Bus oder Zug fahre, dann muss ich kotzen. Nicht immer, aber kommt drauf an. Und Autofahren kannst du ganz normal? Autofahren ist okay. Also, wenn ich fahre, dann ja. Äh, passiert nichts. Mhm. Beifahrer auch nicht. Also, Auto ist okay. Aber bei Bus oder Zug, dann wird es mich schwindelig. Okay. Hast du es heute immer noch? Heutzutage immer noch? Ja, aber nicht mehr so häufig wie früher. Habe ich schon oft gehört, dass Leute fahren. Ja. Und dann? Ja, auf jeden Fall weiter dann. Dann warst du in Serbien angekommen? Ja, ich bin in Serbien angekommen, äh, da war so halt mehr Leute. Wir waren so eine Hauptstadt, glaube ich. Und da war halt mehr Leute da. Und wir haben erst mal dick gegessen. Wir könnten erst mal duschen. Ähm, wir haben auch zwischendurch in Griechenland, da war so einfach im Wald so einfach so, so, so ein Wasser, so ein Hahn einfach, so ein Waschbecken, kein Waschbecken, so ein Hahn einfach. Ein Brunnen? So ein, nee, kein Brunnen, so einfach so ein Hahn im Wald. Ein Wasserhahn? Ein Wasserhahn irgendwie. Der war einfach Wasser. Wir haben so mit dem Eimer so Wasser gefüllt und haben so uns mit dem Wasser halt mäßig, ähm, geduscht. Genau. Gewaschen. Und, ähm, genau dann waren wir halt in Serbien, so haben geduscht, äh, ganz normal so im, so ein Hotel mäßig. Ähm, aber nur zum Duschen waren wir da, weil mein Bruder wollte da nicht schlafen. Also, der hat gesagt, wir haben ja kein genug Geld und so. Mhm. Und ich hab die ganze Zeit gesagt, lass mal Hotel, lass mal nur eine Nacht, nur eine Nacht schlafen, nur eine Nacht. Sagt halt, nee, 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 nee. Also, ich hab da geduscht, äh, hab gefragt, ob ich duschen könnte. Ich musste ein bisschen was dafür zahlen, aber man könnte dann. Und dann Abend haben die gesagt, okay, wir schlafen dann halt irgendwo im Park oder so. Weil wir hatten ja Angst, dass wir irgendwie oder irgendwann kein Geld mehr haben. Deswegen lieber kein Hotel. Äh, dann bin ich irgendwie zur Sparkasse gegangen in Serbien und, äh, da war so warm. Dann hab ich mich einfach so auf den Boden so einfach hingelegt, so. Hab ich gesagt, jo, Salamu alaikum, ich schlafe erstmal hier jetzt. Und bis der Mitarbeiter von Spark, also keine Sparkasse ist und dann Bank einfach von Griechenland. Bis der Mitarbeiter gekommen ist, hat gesagt, ey, was machst du hier und so. Also natürlich auf Englisch alles. Und hat er mich dann da raus geschmissen mäßig, weiß ich weiß. Er hat gesagt, ey, kannst du nicht schlafen und so weißt du. Normal, normal, ja. Für mich war das lustig gewesen. Also nicht lustig ist klar, ne, aber so man denkt sich, was wirst du machen? Weißt du was ich meine? Ja, normal. Was wirst du machen? So, keine Ahnung. Ich hab manchmal sportlich genommen, manchmal Depressionen geschoben, so. Normal wurde das, äh, das ist nicht Schweden, was sowas, weißt du, das ist, äh. Oder dann von Serbien nach wohin? Welches Land? Wie ging's dann wieder weiter? Ungarn, Bruder. Nach Ungarn. Nach Ungarn. Ach du Scheiße. Wie lange war's in Serbien gewesen? Bruder auch, ein Tag. Ein Tag, nur? Ein Tag. Okay, okay. Ein Tag, das war so schnell. Wir haben sofort weiter, 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 also das Ding ist. Wie bist du dann wieder darüber gekommen? War das auch wieder illegal bestimmt, ne, von Serbien nach Ungarn? War immer illegal eigentlich. Immer illegal, so und, ähm. Hast du wieder so einen Zettel, musst du bestimmt wieder besorgen? Nein, tatsächlich nicht. Bist du diesmal direkt bam durch? In Serbien waren wir da, genau. Und dann nach Ungarn sind wir, wir sind gelaufen. Ja, stimmt. Ähm, stimmt. Ihr seid zum Fuß gelaufen, über die Grenze? Stimmt, stimmt. Stimmt, stimmt. Von Serbien nach Ungarn sind wir gelaufen. Also in Ungarn, äh, in diesem Zeit, wir sind 2015, äh, nach Deutschland gekommen. Mhm. Und in diesem Zeit, äh, war das so in Ungarn, wenn Flüchtlinge neue kommen, oder neue Flüchtlinge kommen, dann lassen die Polizei die Flüchtlinge alle Fingerabdrück machen, weil für jeden Fingerabdrück kriegt die, äh, Regierung, äh, Regierung von, äh, Ungarn Geld. Also von europa mäßig. Mhm. Also weil die sagen, okay, ihr habt neue Flüchtlinge aufgenommen. Ja. Dann kriegt der Geld von uns, von, äh, von europa mäßig. Und, äh, deswegen wollten die unbedingt, dass wir Fingerabdrücke da machen. Und man hat gehört, wenn man Fingerabdrücke in Ungarn lässt, dann hast du schwierige Karten, so nachher, weißt du? Aber tatsächlich? Mhm. Richtig. Dann kannst du nicht mehr so in ein anderes Land so flüchten. Weil die sagen, du hast einen Fingerabdrück in Ungarn, dann musst du nach Ungarn zurück, so mäßig, weißt du? Und wenn du in Ungarn bist, die kriegen für dich Geld, dass du quasi da bist, also die Regierung geht. Stadtmäßig. Und, ähm, genau. Wir sind gelaufen von Serbien nach Ungarn, auch so mäßig, keine Ahnung, paar Stunden. Äh, auch so im Wald. Äh, meistens ist die Kräste ja auch immer so Wald und so. Also du kannst auch normale Straße gehen, aber wie wir, Leute wie wir, können einfach nicht normale Straße so gehen. Mhm. Deswegen mussten wir immer so Schleichwege nehmen. Genau, immer Schleichwege mäßig. Genau, immer Schleichwege mäßig. Und, ähm, ja, dann sind wir halt weiter. Bis zu einem Punkt, so ein Strich, letzter Strich so. Und da war so, nach diesem Strich war Ungarn so. Mhm. Und da stand so schon ein Polizei bereit. Also genau vor diesem Strich, also wir waren noch in Serbien und der war wie ich und, äh, dich jetzt trainiert, wie ich und du jetzt. Weißt du, was ich meine? Krass, ja. Die Polizei war hier jetzt bei dir. Der Polizei mäßig. Und ich war da. Mhm. Und da war Ungarn, hier wo ich bin, war Serbien. Weißt du? Und, ähm, ja, dann wo wir diese Polizei gesehen haben, wir sind nicht nach Ungarn, ne? Wir haben diese quasi, äh, Schritte nicht überschritten, ne? Wir sind da geblieben in Serbien, diese, vor dieser Linie mäßig. Haben gesagt, nee, wir kommen nicht, wir bleiben erst mal hier, so. Und dann irgendwann kamen so Journalisten, so mit, äh, Kamera und so, weiß was. Ich meine, voll viele. Mhm. Wir haben diese Sache ausgenutzt, dass voll viele gekommen sind. Die Polizei war so abgelenkt ein bisschen. Und dann hat mein Bruder gesagt, okay, let's go. Dann sind wir halt gelaufen, so weiß weißt du. Gesprintet ganz schnell so rüber. Bitte? Ganz schnell gesprintet so rüber. Ganz schnell gesprintet an die Polizei vorbei. Wir sind so gesprintet. Wir haben uns auch verfolgt. Es waren auch viele Leute so an der Grenze. Aber wir sind gesprintet, dann in einem Taxi so einfach, ähm, eingestiegen. Und dann, äh, haben zu diesem Taxi gesagt, dass wir halt nach Ungarn, so halbmäßig, Hauptstadt, so dieses Zentrum da gehen wollen. Dein Bruder, ne? Eins muss ich dem Typen echt lassen, ne? Ich kenn den nicht gut. Ich hab den auch nur ein paar Mal in meinem Leben gesehen. Aber, der hat ein Bauchgefühl und eine Intuition, ne? Sehr gut, ne? Ja. Dieses Gefühl von dem ist Gold wert. Ja. Ganz ehrlich. Gerade auch in der Situation, wo ihr euch befunden habt, ne? In der Türkei hat schon angefangen, weißt du? In der Türkei hat schon angefangen, weißt du? Da, da meinte der schon, komm, wir rennen. Wären die da nicht gerannt? Ja. Wären die niemals da gelandet? Und auch das mit der Grenze jetzt, dass die dann gerannt sind. Ja, ansonsten werden die das immer geblieben, weißt du? Also ich hätte das von mir selber jetzt, äh, nicht gemacht, sofort, weißt du? Weil ich meine, klar, du machst mit, so. Er hat dir auch dein Leben gerettet, wenn man das so viel folgt. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich küsse dein Herz, mein Bruder, wenn du das siehst, äh, du weißt Bescheid. Heute verheiratet. Hoffentlich viele gesunde Kinder. Ein glückliches Leben. Inshallah, inshallah, mein Bruder. Ahmad, ich küsse dein Herz, du weißt Bescheid. Ja, man. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Bruder, auf jeden Fall, äh, Ungarn wart ihr da? Dann wart ihr erstmal in der Hauptstadt wart ihr? Genau, Bruder. Wie war der nächste Step? Wie viel Geld hattet ihr wieder? Bruder, wallah, keine Ahnung. Keine Ahnung, weiß ich nicht mehr. Keine Ahnung, Bruder. Nicht mehr viel. Nicht mehr viel, Bruder. Aber wir haben immer versucht, wirklich so wenig wie möglich auszugeben. Auszugeben, ja, ja. Nur für das Allernötigste. So wenig wie möglich. Wie viele Tage wart ihr dann in Ungarn? Ähm, auch einen Tag. Auch einen Tag? Auch einen Tag. Von Ungarn wohin? Nach, äh, Österreich. Nach, äh, Österreich, ja. Ach, nach Österreich. Nach Österreich. Nach Österreich. Nach Österreich. Das ist ja schon fast am Ziel dann, ne? Ja, genau. Aber der Grenzübergang war dann nicht auch extrem schwer? Wie ist das irgendwie abgelaufen, der Grenzübergang? Na, darüber? Also... Österreich stelle ich mir auch schwer vor. Das stelle ich mir sehr. Die Polizisten sind ja nicht mehr, also die Militär ist ja nicht mehr so dumm. Weißt du? Ja, nicht nur das. Auch so die... Ich will nichts Falsches sagen. Ja, das ist schon... Ne, Jungs. Eigentlich liegt der falsch, weil von Ungarn nach, äh, Österreich war eigentlich am schlimmsten. Ich kratze, ich kratze. Vielleicht werden die so entspannter drauf, so die Österreicher, so, weißt du? Hast du nicht auch gedacht, ey, jetzt wird's langsam komisch, so die ganzen Leute, die werden auf einmal voll hell und so. Die sind voll... Die reden voll komisch hier auf einmal. Ich stelle mir das voll verrückt vor. Ja, ja. Die reden ja eh schon voll komisch, weißt du? Ja, ja. Und dann bist du ja... Da hast du wenigstens noch so irgendwas Arabisches in der Sprache. Ja, genau, genau. Da hast du immer wieder so ein bisschen Ungarn, auch noch so ein bisschen... Griechenland ist vielleicht auch noch so, dann kommst du plötzlich... Das ist ein Mittelding noch. Du kommst auf den Ostblock rein, da hörst du einen ganz anderen Akzenten, aber dann... Und plötzlich reden die Deutsch, was ist das für eine Sprache, weißt du? Ja, ja. Ja, Mann. Erzähl mal, war das so der Übergang so? Der Bruder war krass, wir waren im Zug in Ungarn. Wir waren im Zug. Aber im Zug von Ungarn nach Österreich? Mit dem Zug von Ungarn nach Österreich. Ja. Mit dem Zug. Genau. Krass. Ab dann wurde das alles so ein bisschen entspannter, oder nicht? Genau, genau, genau. Ab da wurde es ein bisschen entspannter und wir waren in Österreich. Da waren die Leute... In Österreich haben die Leute auf uns gewartet so mäßig, weil da war auch diese Welle mit Flüchtlingen und so. Und da war wirklich, ähm, so viel Essen, so viel Zahnbürste, so viel Banane. Geschäfte, alles Mögliche, Leben wieder so richtig. Nee, 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 nee. Wir waren im Zug und wo wir im Zug halt angekommen sind, also noch im Bahnhof mäßig. Ja. Da haben die Leute auf uns gewartet, so halt, so und, so, zu uns gesagt, so mäßig, hallo, so, weißt du? Willkommen, hallo, schön, dass ihr überlebt habt, so, hier essen, trinken, dies, das, den ist, weißt du, Hilfe, so. Also die österreichischen Leute, die haben viel, viel Hilfe, so halt. Und viel zu essen, weißt du, es gab einfach viel, viel, viel zu essen im Bahnhof, so. Jeder könnte sich ein bisschen nehmen, Banane, Schokobrötchen, dies, das, den ist. Weißt du? Sehr schön. Ähm, ja, und dann, die haben auch uns angeboten, da halt zu bleiben. Mein Bruder wollte ja nicht und ich wollte auch nicht in Österreich bleiben. Reden komisch, ne? Boah, nicht nur, ich weiß nicht, also für mich war eigentlich alles egal, also keine Ahnung. Ja, ja. Es war kein jetzt, wo ich gedacht habe, okay, dahin muss ich unbedingt. Bestand denn langsam, also als du in Österreich warst, ich meine, wie lange warst du da schon unterwegs? Im Insgesamten so? Einen Monat? Länger? 15 Tage. Echt? 15 Tage. Ja, das passt so, 15 Tage, so 15 Tage. Und, ähm, hast du dich schon danach so nach einer neuen Heimat gesehen, sag ich mal? 14, 14, 15 Tage. Hast du dich schon danach gesehen, so endlich mal anzukommen langsam oder dachtest du dir immer noch so, okay? Wo meinst du jetzt? Hier in Deutschland? Nee, ich meine, als du in Österreich warst, hast du dir da schon langsam gewünscht, endlich mal anzukommen und nicht immer weiter zu müssen? Nee. Oder hast du dir immer noch gedacht, okay, ich geh dahin, wohin mich meine Beine tragen, sozusagen? Ja, ich bin einfach mitgelaufen, mit meinem Bruder, weißt du? Okay, okay, okay. Ich bin mit meinem Bruder mitgelaufen. Ja, ist doch besser so im Nachhinein, ne? Genau. Der hat ja echt alles richtig gemacht. Genau. Bis jetzt. Also, das ist ja auch mein Bruder aufwendig, weißt du? Ich hätte mit dem sowieso, egal was... Das ist alles gemeint, du vertraut blind? Normal, ich vertraue dem blind, so, weißt du? Und mein Vater hat, ohne meinen Bruder wäre ich auch nicht gegangen, wäre mein Bruder auch nicht von Syrien abgehauen, wäre ich auch nicht abgehauen, weißt du? Mh. Wäre ich auch in Syrien geblieben, so mäßig. Mh. Aber der musste ja auch mit kämpfen, auch irgendwann, wo der sein Studium... Ist doch mal ein Jahr älterer bist du, oder nicht? Bitte? Der ist aber ein bisschen älter als du, oder nicht? Der ist fünf Jahre älter, ja. Was hat der studiert? Äh, genau auf Deutsch weiß ich nicht, aber so halt Richtung, ähm, Bank mäßig, Richtung Bank... Betriebswirtschaftslehre, sowas in der Art, ja. Irgendwas in Wirtschafts, auf jeden Fall, ja, ja, ja. Okay, ihr wart in Österreich, ihr habt gegessen, und dann? Mh. Ja, wir haben gegessen, und wir waren im Bahnhof, und da könnte man sofort den Zug nach Deutschland nehmen, von Österreich. Da könnte man sofort den Zug nach Deutschland, und, ähm, ja, dann haben wir diesen Zug genommen, waren wir in München, äh, irgendwann nach, keine Ahnung, paar Stunden, ähm, ja, und da, wo wir waren, war eine riesen Halle, und da waren, keine Ahnung, tausend, zweitausend Leute, und da waren die... In Deutschland dann? In Deutschland, in München, in München. In München warst du zuerst gewesen. In München zuerst. Da waren es drei, vier, vier, fünf, und 80,000 Leute da geschlafen, und wir haben da auch geschlafen, mäßig, also es war so, so ein Bett, die du so ausklappen, so zuklappen kannst, weißt du, was ich meine, ne? Diese Bette so, du kannst dir aufmachen, zuklappen und mitnehmen, so ein, so ein kleines Bett, so mäßig. Und da war so viele davon. Wir haben erstmal da Pause gemacht, geschlafen. Und du hast gut geschlafen, oder? Du hast gut geschlafen, oder? Ich habe geschlafen, ja, auf jeden Fall. Und ja, dann hat mein Bruder gesagt, wohin jetzt? Hat er gesagt, er will nach Dortmund, weil da ist näher ein Köln dran. Und dann sind wir nach Dortmund gefahren und da in Dortmund haben wir uns dann erstmal so halt... Niedergelassen. Genau. Haben uns gegeben, so haben gesagt, jo, wir sind gerade angekommen. Wie lange wart ihr dann in Dortmund, beziehungsweise wie lange hat es gedauert, bis ihr hier hingekommen seid, also? Nach Schwalmthal? Halbes Jahr. Okay, dann wart ihr die ganze Zeit in Dortmund, oder wart ihr auch noch in anderen Städten? Wir waren in Dortmund, in Dortmund. So eine Flüchtlingsunterkunft. In Dortmund, Flüchtlingsunterkunft, genau. Da hast du langsam angefangen, Deutsch zu lernen und so, ne? Ne, da hat man gar nichts angefangen, da hat man nichts. Da bist du erstmal angekommen. Da bist du erstmal angekommen. Bist du erstmal angekommen, warst mit Leuten im Zimmer. Hast du erstmal gegessen, getrunken und, ja, gedacht so, wie geht es weiter, was passiert jetzt? Bruder, wie war dein Eindruck so von Deutschland vorher gewesen so? Also, hast du irgendwie gedacht, ey, das sind bestimmt voll die Nazis oder wie hat man so, generell auch in Syrien, wie hat man über Deutschland gedacht so mäßig? Hat man an Adolf Hitler gedacht so mäßig? Hast du gedacht, ey, die, keine Ahnung, vergasen mich da oder weiß ich was? Wie hat man, weil, weiß man ja gar nicht. Nee, ehrlich gesagt, nee, ehrlich gesagt nicht. Ehrlich gesagt nicht. Also, nee, nee. Man hat so keine Angst oder so. Wusste man schon, ey, das ist voll nett da, das ist voll friedlich da so mäßig? Na, das wusste man auch nicht. Das wusste man auch nicht. Ja, du musst die Frage anders formulieren, glaube ich. Wie hast du früher über Europa gedacht, so allgemein? Also, das Ding ist, ich kannte ja, also, wir haben nur im Fernsehen so halt Europa gehört, weißt du? Und ich habe nie Gedanken gemacht, dass ich irgendwann von Syrien oder von meinem Land einfach weggehen möchte, weißt du? Das Ding ist Syrien. Irgendwo nach Europa oder irgendwo nach Amerika oder sonst was. Das Ding ist Syrien ist so schön, ne? Das war früher so schön. Ja, früher. Also, Damaskus ist auch, äh, Damaskus ist auch, äh, die älteste und, äh, schöneste Stadt der Welt. Ist auch die älteste Stadt. Also, das ist die älteste Stadt. Hat auch, hat auch, glaube ich, entweder die älteste oder eine der ältesten Universitäten, ne? Äh, nee, Damaskus ist die älteste Stadt in die, also auf der Welt. Auf jeden Fall. Ja, kannst du gucken, Bruder. Ist die älteste Stadt und die schöneste Stadt. Okay, okay, okay. Jetzt nicht mehr wegen Krieg, leider. Aber ich hoffe, dass alles irgendwann mal wieder wird. Bruder, ich denke, weißt du, dass wir auch nochmal machen können, vielleicht die nächste so? So, dass wir vielleicht die nächste nochmal so, ähm, sollen wir mal so eine kleine Folge machen? So eine halbe Stunde, 40 Minuten so? Wie es hier war, als er angekommen ist, sozusagen. Ja, wie die ersten Steps in Deutschland waren, weißt du? Ja. Das war ja bestimmt auch nicht so einfach, weißt du? Wie fängt man an so, wenn man hier direkt in Deutschland ist? Ich wüsste jetzt auch nicht, wie ich das anfangen soll, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwie, ich bin jetzt in Türkei so, Deutschland ist ja zum Beispiel Krieg. Ich hab's mir zwischendurch auch gedacht, aber ich wollte nicht, dass die Leute denken oder du denkst so, wir haben kein Interesse mehr an der Geschichte. Keine Ahnung, können die Leute ja vielleicht mal in den Kommentaren reinschreiben, was hat der Abdi gemacht, wo der, der Adler, was hat der gemacht, wo der in Deutschland war? Wie waren seine ersten Schritte so mäßig? War das krass, du bist jetzt 2015 in Deutschland gekommen, ne? Ja, Bruder. Sieben Jahre jetzt, ne? Guck mal, sieben Jahre, wie gut du Deutsch reden kannst. Das ist krass. Dankeschön, Bruder. Ich kann jetzt noch nicht mal Deutsch reden, weißt du? Aber eine Sache würde ich gerne noch vorgreifen, wenn man sich die Frage stellt, was er heute macht. Er arbeitet ganz normal wie jeder andere Mensch auch. Hast du Ausbildung als Bäcker? Mhm. Bruder, hast du komplett deutschen Pass, alles? Nein, Bruder, ich hab keinen deutschen Pass. Aufenthalt? Ich hab einen Aufenthalt, genau. Aber du bist nicht geduldet so nicht, du hast komplett einen richtigen Aufenthalt. Wer ist geduldet? Ne, ich bin geduldet. Also, ich darf zwei Jahre bleiben jetzt und nach diesen zwei Jahren wird dann, glaube ich, wieder verlängert, verlängert. Aber, Bruder, ist das nicht so, wenn man eine Ausbildung gemacht hat in Deutschland, dass man direkt einen Pass kriegt? Weiß es nicht. Das ist, ne, das ist, glaube ich, so, dass man dann Unbefristete bekommt. Ja, genau. Dass man Unbefristete bekommt. Ich muss das noch beantragen. Oder nur falls bleibst du hier schlafen, mein Verweis. Bruder, ich küsse dein Herz, Bruder, ach. Bleibst du hier schlafen, machen wir hier Abbruch, Projektabbruch, so mäßig. Dafür ab, diese neue Unterkunft. Ja, Mann. Mein Vater nimmt dich auf, alles gut. Ach, Bruder, was für ihr Land. Der ist früher zu meiner Mutter gegangen. Der meint so, ich habe so eine Jugoslawin kennengelernt auf dem Weg gehen. Sollen die nicht bei uns leben? Da ist gerade Krieg und so. Ich muss sagen, ich fand das sehr krass interessant. War sehr, sehr spannend. Und da war auf jeden Fall auch viel Glück im Spiel, glaube ich, oder nicht? Weil, musst du überlegen, da sind Leute auf der Reise draufgegangen, weißt du. Das ist jetzt nicht gerade eine kleine Reise gewesen. Das ist eine Riesenreise gewesen. Nur das, alleine nur auch das mit den Schlauchbooten da, oder mit dem Container zum Beispiel. Mit dem Container, ja. Und auch den Krieg, den er da erlebt hat. Der Fußweg in Griechenland, weißt du? Das ist auch nicht so einfach, weißt du? Und du bist ja nur zu Fuß gegangen. Du bist 60, 70 Prozent zu Fuß gewesen. 70 Prozent, ja, würde ich sagen. Das ist wirklich Wahnsinn. Also das sind echt noch, vielleicht können die Leute mal in den Kommentaren reinschreiben, ey, nochmal eine Folge mit Abdi so mäßig. Ja, machen wir definitiv. Da sind auch viele Sachen so mäßig, wie zum Beispiel mit deiner Familie, so. Wie geht es denen jetzt gerade? Hast du Kontakt noch mit denen so mäßig, weißt du? Deine Mama ist jetzt auch schon sieben Jahre nicht mehr gesehen, ne? Leider, ja. Das ist auch schon krass. Und wer kann nicht zurück, und es wäre auch nochmal interessant, darüber zu reden, ne? Dass er eigentlich gar nicht mehr zurück kann momentan. Ja, geht auch nicht. Ja. Was soll ich sagen? Der Anfang war geisteskrank. Ich war emotional richtig drin. Ey, ich war auch sehr, sehr drin. Also gerade, wo du da über den Krieg und so gesprochen hast, da dachte ich mir, krass. Und dann dachte ich mir so, boah, wenn das jetzt die ganze Zeit so weitergeht, dann heule ich hier am Ende. Ey, ich hatte auch gedacht, ey, ich muss vielleicht auch heulen. Ich mein's ernst so, aber dann wurde das langsam so, ja, dann ging halt, die Reise sozusagen los, ne? Ja. Es ist schön, dass du uns in alle Länder mitgenommen hast. Es ist schön, dass du dein Herz hier so sehr geöffnet hast. Und es ist bemerkenswert und bewundernswert, was du alles erlebt hast. Und dass du heute so bist, wie du bist. Wie schon gesagt, an alle Leute da draußen. Der Junge hat eine Ausbildung gemacht. Er hat Deutsch gelernt. Er geht jeden Tag arbeiten. Der steht mit beiden Beinen im Leben. So, gerade ist er sogar allein. Aber der, er geht seinen Weg. Hast deine eigene Wohnung. Gott sei Dank, Bruder. Hast einen Job, eine Ausbildung gemacht sogar. Gott sei Dank, Gott sei Dank. Das ist super, Bruder. Es gibt sehr viele Leute, deutsche Leute, die sind jetzt hier ganz 20 Leute, 20 Jahre oder so. Die haben nicht mal eine Ausbildung, weißt du, was ich meine? Oder es gibt so viele Leute, die beurteilen auch, die beurteilen schnell, ohne zu wissen, wie lebt dieser Mann, was hat dieser Mann gemacht, so weißt du, was ich meine überhaupt. Und wenn die sehen, sofort einen Ausländer oder einen Flüchtling, sagen die so, ja, Flüchtlinge wieder nichts am machen und ich muss hier Steuer bezahlen, weißt du, und um euch geht. Aber wenn man so denkt. Und wenn man die Geschichte kennt, denken die Leute auch nochmal anders. Darum geht es sich ja auch, den stummen Menschen sozusagen eine Stimme zu geben. Und alles, als ob die Flüchtlinge, also wegen der Flüchtlinge, man hier in Deutschland so quasi Steuern bezahlen muss. Also wegen der Flüchtlinge oder ohne die Flüchtlinge muss man Steuern bezahlen, weißt du. Dann schiebt man quasi die Flüchtlinge mit, sagen, ja, ich bezahle Steuern für euch und was. Ohne oder mit musst du Steuern zahlen, weißt du, was ich meine. So ohne Flüchtlinge oder mit. Aber Gott sei Dank, ich gehe auf jeden Fall arbeiten seit vier Jahren. Du zahlst auch Steuern. Und ich zahle Steuern auch für die Flüchtlinge. Viele Hartz-IV-Empfänger schon mehr Steuern bezahlt, weißt du. Ja, Mann, ich bezahle auch, geht raus, damit ich nicht mehr Steuern bezahlen muss. Ja, Mann, was soll ich sagen? Bruder, ich fand es wirklich eine Hammer-Folge. Ich fand es sehr, sehr geil. Was man noch dazu sagen muss, heute lebt er seinen Traum. Er geht arbeiten und macht nebenbei Musik. Stimmt, er ist Musik. So Gott will, wirst du erfolgreich. Ja, aber gleich noch was einblenden hier gleich. Vielleicht können wir jetzt ganz kurz was einblenden, so ein bisschen so ein 30 Sekunden-Skip oder so. Ja, Bruder, von nichts kommt nichts. Man soll Träume haben und, ja, Mann, ich mache Musik, ich mache das bis zum Ende. Ich habe Spaß daran und da kann ich auch meine Gefühle und Wut und Hass und alles drumheran da auspacken. Und deshalb, ich mache es weiter, bis es klappt, 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 klappt nicht. Ist auch egal, Hauptsache habe ich versucht, weißt du, was ich meine? Am Ende des Tages wirst du auf jeden Fall deinen Weg gehen. Ja, genau. Kommt ihr mal bei dem Abdallah, bei dem Adler. Eine schöne Frau heiraten. Irgendwann, wer weiß. Ach. Bruder, ich wollte gerade Werbung machen für Abdi-Budda. Ihr könnt ja mal bei dem Abdi unten in die Beschreibung mal reingehen. Da werden wir bestimmt reinpacken. Ja. Seinen YouTube-Channel, der macht ja auch Musik. Und der hat, wie viele Songs hast du schon draußen? Bruder, zwei, drei. Zwei, oder weißt du nicht, zwei oder drei? Bruder, zwei Songs. Zwei Songs und ein Feed. Auf Instagram kommt ihr eh jede Woche irgendwas raus. Genau. Irgendein Freestyle oder sowas. Gebt euch Instagram, Adler413. Instagram packt mir unten rein, sein YouTube-Channel packt mir unten rein. Und ja, und von mir. Und du bist krass geworden. Ich meine es ernsthaft. Diese Veränderung in der Musik, ich habe das schon mal gesagt. Das ist echt krass. Du findest immer mehr deinen eigenen Stil. Danke. Die Sprache wird besser, der Flow wird besser, die Wortwahl wird besser. Das passt langsam alles. Du findest richtig deinen Stil. Und auch das, was du in letzter Zeit machst. Dankeschön, mein Bruder. Etwas aggressivere, sag ich mal, was so nach vorne geht. Das kommt. Jawohl. Das kommt wirklich. Jawohl, das freut mich. Das passt aber auch, weil du auch so ein, gut, jetzt saßt du hier die ganze Zeit ruhig und hast geredet, aber du bist halt auch so ein kleiner Hektiker, ne? Und auch gerade in der Musik, das passt so krass. Ja, Bruder. Ich küss dein Herz, Bruder, immer weiter. Und du machst so viel, ne? Du bist echt ein Macher, ganz ehrlich. Ich küss dein Herz. Ich küss dein Herz. Viele Leute, die Musik machen, haben noch nicht so viel veröffentlicht wie du, obwohl die 20 Jahre dabei sind. Dankeschön, Bruder. Und nur das Beste in deinem Leben. Dankeschön. Und nochmal vielen Dank dafür, dass du so viel von dir preisgegeben hast am heutigen Tag. Bruder, sehr, sehr gerne. Es hat mich auch mega gefreut, dass ich hier überhaupt sein dürfte. Und ja, Mann. Wir machen definitiv noch eine zweite Folge mit dir. Ich bin auf jeden Fall dabei, Jungs. Um zu sagen, wie es weiterging, um zu sagen, wie es dir hier ging, wie es deiner Familie heute geht und auch sonst wird es, denke ich, beim nächsten Mal ein noch niceres Gespräch als heute, aber krass. Safe. Krass. Schreibt auf jeden Fall in die Kommentare, wenn ihr Bock habt, dann machen die Jungs. Machen wir nochmal eine zweite Folge. Ich denke mal, schon ist es passiert. Salam alaikum. Wa alaikum salam habibis. Ciao, Jungs. Ciao. 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 Ciao.